Terry Pratchett, Das Licht der Fantasie Gelesen von Volker Niederfahrenhorst Die Sonne ging zögernd auf, als wüßte sie nicht so recht, ob es die Mühe lohne. Ein neuer Scheibenwelttag dämmerte, aber nur sehr langsam, und zwar aus folgendem Grund. Wenn Licht auf ein starkes magisches Feld trifft, vergißt es plötzlich, was Eile bedeutet, es wird geradezu träge, und auf der Scheibenwelt war die Magie besonders stark ausgeprägt. Deshalb glitt das mattgelbe Glühen der Dämmerung wie eine sanfte, liebkosende Hand über die schlafende Landschaft, goldenem Sirup gleich, wie manche Leute meinen. Es hielt inne, um Täler zu füllen, es kroch müde an Berghängen empor. Als es Cori Celesti erreichte, das zehn Meilen hohe Massiv aus grauem Fels und grünem Eis in der Scheibenmitte, türmte es sich zu großen Haufen auf, um jenseits des Gipfels mit der eher bescheidenen Wucht einer ins Alter gekommenen Lawine durch die dunkle Landschaft zu rollen. Ein solcher Anblick bot sich auf keiner anderen Welt dar. Natürlich gab es auch keine andere Welt, die auf den Rücken von vier Elefanten ruhte, die ihrerseits auf dem Panzer einer riesigen, durchs Universum spazierenden Schildkröte standen. Ihr Name, oder seiner, wie manche Philosophen behaupteten, lautete Groß Arthuin. Sie, oder er, wie auch immer, spielt keine große Rolle in der folgenden Geschichte. Doch um die Scheibenwelt richtig zu verstehen, muss man wissen, dass es sie oder ihn gibt. Unter den Bergwerken, Meeresquellen und angeblich fossilen Knochen, die vom Schöpfer nur deshalb zurückgelassen wurden, um Archäologen zu verwirren und ihnen Flausen in den Kopf zu setzen. Groß Arthuin, die Sternenschildkröte. Gefrorenes Methan auf dem Panzer, pockennarbig von Meteoritenkratern, bedeckt von einer Patina Asteroidenstaub. Groß Arthuin, Augen wie unauslotbar tiefe Seen. Das Gehirn so groß wie ein Kontinent, die Gedanken gemächlich vorrückende Gletscher. Groß Arthuin, das Glimmen der Sonnen und Galaxien, spiegelt sich auf ihrem gewaltigen Leib wieder, während sie durch die galaktische Nacht wandert und die Scheibenwelt mit sich trägt. Größer als alles, was man sich vorstellen kann. So alt wie die Zeit selbst, so geduldig wie ein Fels. Einige Gelehrte glauben, Groß Arthuin führe kein besonders beneidenswertes Leben. Nun, sie irren sich. Das Gegenteil trifft zu. Groß Arthuin vergnügt sich prächtig. Sie oder er ist das einzige Geschöpf im ganzen Universum, das genau weiß, welches Ziel es anstrebt. Natürlich haben die Philosophen viele Jahre lang darüber diskutiert, wohin Groß Arthuin unterwegs sei, und ihre größte Sorge besteht darin, es möglicherweise nie zu erfahren. In zwei Monaten werden sie eine Antwort auf ihre Frage bekommen. Und dann haben sie wirklich Grund, sich Sorgen zu machen. Einige der fantasievolleren Gelehrten grübeln auch noch über ein anderes Problem und betreiben langwierige Forschungen mit dem Ziel, Groß Arthuins Geschlecht herauszufinden. Sie verwenden ziemlich viel Zeit und Mühe darauf, diesen Punkt ein für allemal zu klären. Der neueste in diesem Zusammenhang unternommene Versuch kommt gerade in Sicht, während Groß Arthuin wie eine riesige Haarbürste aus Schildplatt durch die Unendlichkeit marschiert. Die bronzene Kapsel des mächtigen Reisenden ist völlig außer Kontrolle geraten und fällt an der Schildkröte vorbei. Es handelt sich um eine Art steinzeitliches Raumschiff, von den Priesterastronomen Krulz erbaut und über die Kante der Scheibenwelt gestoßen, was der landläufigen Meinung widerspricht, es gebe kein Reiseunternehmen, das gratis arbeitet. Im Innern der Kapsel sitzt Zweiblum, der erste Tourist der Scheibenwelt. Er hat einige aufregende Monate damit verbracht, sie zu erforschen, und jetzt verlässt er sie recht überstürzt. Die Gründe dafür sind kompliziert, haben jedoch mit dem Versuch zu tun, aus Krull zu fliehen. Ein Versuch, so sei hinzugefügt, der tausendprozentig erfolgreich war. Obwohl alles darauf hindeutet, dass Zweiblum auch der letzte Tourist der Scheibenwelt sein wird, genießt er die Aussicht. Zwei Meilen über ihm stürzt der Zauberer Rincewind durchs Nichts, gekleidet in etwas, das auf der Scheibenwelt als Raumanzug gelten mag. Man stelle sich ihn als Taucheranzug vor, von jemandem entwickelt, der nie das Meer gesehen hat. Vor sechs Monaten war Rincewind ein ganz normaler, gescheiterter Magier. Dann begegnete er Zweiblum, der ihn mit einem enormen Gehalt in seine Dienste lockte und zum Reiseführer ernannte. Seitdem hat Rincewind die meiste Zeit damit verbracht, entsetzt, Pfeilen auszuweichen, gejagt zu werden und über bodenlosen Abgründen zu hängen, selbstverständlich mit wenig Aussicht auf Rettung. Oder in die Tiefe zu stürzen, so wie jetzt. Er genießt die Aussicht keineswegs, denn sein ganzes bisheriges Leben zieht an ihm vorbei, und die Erinnerungen versperren ihm den Blick auf die Umgebung. Er erfährt nun, wie wichtig es ist, nicht den Helm zu vergessen, wenn man einen Raumanzug benutzt. An dieser Stelle könnte eine längere Schilderung folgen, die erklärt, weshalb die beiden Männer von der Scheibenwelt fallen und warum Zweiblums Koffer, der zuletzt verzweifelt versuchte, ihm erfunderten von kleinen Beinen zu folgen, alles andere als ein gewöhnliches Gepäckstück ist. Doch derartige Erläuterungen erfordern viel Zeit und Platz und könnten mehr Probleme schaffen als lösen. Man denke nur an den berühmten Philosophen Lai Tinweedle, dem jemand während eines Fests die Frage stellte, »Was machst du denn hier?« Die Antwort dauerte drei Jahre. Weitaus wichtiger ist ein Ereignis weit oben, über Arthuin, den Elefanten und Rincewind, der vergeblich nach Luft schnappt und langsam blau anläuft. Die Struktur von Raum und Zeit wird gleich durch die Mangel gedreht. Fühlbare Magie lag wie Staub in der Luft und ätzender Rauch wallte umher. Er stammte von Kerzen aus schwarzem Wachs, nach dessen Ursprung sich ein kluger Mann besser nicht erkundigen sollte. Der Raum befand sich im Kellergewölbe der unsichtbaren Universität, dabei handelte es sich um die bedeutendste magische Schule auf der Scheibenwelt und wirkte außerordentlich seltsam. Zum Beispiel schien er zu viele Dimensionen aufzuweisen, die sich den Blicken des Beobachters entzogen und gerade außerhalb seines Wahrnehmungsbereichs lauerten. Okkulte Symbole bedeckten die Wände und das achtgefaltete Siegel des Stasis bedeckte den größten Teil des Bodens. In magischen Kreisen hieß es, es besitze die gleiche Bannwirkung wie ein kräftiger Schlag mit einem dicken Knüppel. Die Einrichtung des Zimmers beschränkte sich auf ein Pult aus dunklem Holz, dem man die Form eines Vogels verliehen hatte, besser gesagt, die eines geflügelten Wesens, das man sich nicht zu genau ansehen sollte. Auf dem Pult lag ein Buch, mit einer schweren Kette und mehreren Vorhängeschlössern gesichert. Ein großes, aber nicht besonders eindrucksvolles Buch. Andere Bücher in der Universität wiesen mit kostbaren Edelsteinen und erlesenem Holz geschmückte Deckel auf oder waren in Drachenhaut gebunden. Die Hülle dieses Exemplars hingegen bestand aus ziemlich schäbigem Leder. Es sah ganz wie jene Art von Büchern aus, die in den Bibliothekskatalogen als »ein wenig mitgenommen« beschrieben wurden, obwohl natürlich keine Seite fehlte und niemand auf den Gedanken kam, irgendein Kapitel mitzunehmen. Ebenso gut hätte man versuchen können, sich ein Stück glühendes Eisen in die Tasche zu stecken. Man verbrennt sich nicht nur die Finger daran. Metallspangen hielten es geschlossen. Sie waren nicht verziert, einfach nur dick und schwer. Wie die Kette, die nicht nur dazu diente, das Buch am Pult zu sichern, sondern in erster Linie verhindern sollte, dass es sich öffnete. All diese Dinge erweckten den Eindruck, als habe jemand eine ganz bestimmte Absicht verfolgt, jemand, der einen Teil seines Lebens damit verbrachte, wilde Elefanten zu zähmen und widerspenstige Kobolde zu überreden, ihm den Flur zu schrubben. Die magische Aura verdichtete sich und wogte. Die Seiten des Buches knisterten auf eine recht unheimliche und aufsässige Weise und blaues Licht quoll zwischen ihnen hervor. Die Stille in der Kammer ähnelte einer Hand, die sich langsam zur Faust ballte. Mehrere Zauberer in langen Nachthemden wechselten sich darin ab, durch das kleine Gitter in der Tür zu starren. Kein Magier konnte schlafen, während sich derart seltsame Dinge zutrugen. Pure taumaturgische Energie ballte sich zusammen und zog wie eine Flutwelle durch die gesamte Universität. »Nun gut«, erklang eine Stimme. »Was geht hier vor? Und warum hat man mir nicht Bescheid gegeben?« Galder Wetterwachs, oberster Meisterbeschwörer des Ordens vom Silbernen Stern, imperialer Lord des sakralen Stabes, Ipsissimus der achten Stufe und dreihundertvierter Kanzler der unsichtbaren Universität, bot einen imposanten Anblick. Selbst in seinem roten Nachthemd mit den Stickmustern mystischer Runen und der großen Bommelmütze, die ihm in die Stirn rutschte. Nicht einmal der wurstartige Kerzenhalter in der einen Hand beeinträchtigte seine Autorität, ganz zu schweigen von den flauschigen Pompompantoffeln. Sechs furchtsame Gesichter sahen ihn an. »Mann hat dich unterrichtet«, sagte einer der Untermagier. »Deshalb bist du hier«, fügte ein anderer hinzu. »Ich meine, warum wurde ich nicht vorher verständigt?« erwiderte Galder scharf und trat mit entschlossenen Schritten auf die Tür zu. »Vorher gab es keinen Grund, deine Ruhe zu stören«, lautete die durchaus vernünftige Antwort. Galder brummte, kniff die Augen zusammen und wagte einen kurzen Blick durchs Gitter. Die Luft in der Kammer glitzerte und winzige Funken stoben, als Staubkörner in dahinströmender purer Magie verbrannten. Das Siegel der Stasis warf Blasen und kräuselte sich an den Kanten. Das Buch auf dem Pult wurde »Oktav« genannt, und natürlich war es kein gewöhnliches Buch. Nun, es gibt viele berühmte Bücher über Magie. Man nehme nur das »Nekrotelikomnikon« mit den Seiten aus uralter Eidechsenhaut oder das Buch »Über Ausflüge kurz vor Mitternacht«, geschrieben von einer geheimnisvollen und nicht sehr fleißigen Lama-Sekte. Manche erinnern sich vielleicht auch an das »Lachsalvengrimoire«, das angeblich den einzigen echten Witz des ganzen Universums enthält. Aber alles sind nur wertlose Pamphlete im Vergleich zum »Oktav«, das der Schöpfer kurz nach der Vollendung seines Hauptwerks zurückließ, in für ihn typischer Gedankenlosigkeit. Die acht in den Seiten gefangenen Zauberformeln führten ein geheimes und komplexes Eigenleben, und man vertrat allgemein die Ansicht, dass... Galder runzelte die Stirn, als er das Zimmer beobachtete, in dem sich die pure Magie entfaltete. Natürlich gab es jetzt nur noch sieben Formeln. Irgendein junger und völlig unbegabter Zauberlehrling hatte einen verstohlenen Blick ins Buch geworfen. Dabei entkam einer der magischen Sprüche und ließ sich im Bewusstsein des Betreffenden nieder. Bisher war es niemandem gelungen, die Gründe für jenen unliebsamen Zwischenfall in Erfahrung zu bringen. Galder versuchte, sich an den Namen des Idioten zu erinnern. »Heinzwind«, »Geißkind«. Oktarines und purpurnes Feuer züngelte über den Buchrücken. Ein dünner Rauchfaden kräuselte vom Pult in die Höhe, und die dicken Metallspangen, die das Oktav geschlossen hielten, bogen sich langsam auf. »Warum sind die Zauberformeln in solche Aufregung geraten?« fragte einer der jüngeren Magier. Galder zuckte mit den Schultern. Er durfte sich zwar nichts anmerken lassen, aber seine Besorgnis nahm immer mehr zu. Als erfahrener Zauberer der achten Stufe konnte er die undeutlichen Schemen erkennen, die dann und wann in der vibrierenden Luft Gestalt annahmen, ihm zuwinkten und erwartungsvoll grinsten. So wie ganze Schwärme von Stechmücken aufsteigen, wenn ein Gewitter naht, lockten wirklich dichte Ansammlungen magischer Kraft Wesenheiten aus den chaotischen Kerkerdimensionen an, abscheuliche Dinge, aus wirr angeordneten Organen und Spucke, die ständig nach einer Lücke suchten, durch die sie in die Welt der Menschen gelangen konnten. Sie sollen hier nicht näher beschrieben werden, denn selbst die hübschesten von ihnen sehen aus wie Kreuzungen zwischen Kraken und Fahrrädern. Es ist allgemein bekannt, dass Dinge aus düsteren Welten immerzu versuchen, sich einen Zugang in unsere zu verschaffen, um Unheil zu stiften und kräftig auf den Putz zu hauen. Dem musste Einhalt geboten werden. »Ich brauche einen Freiwilligen«, sagte Galder fest. Niemand gab einen Muckser von sich, und die einzigen Geräusche stammten aus der Kammer, ein leises, dumpfes Knacken von Metall, das einer zu großen Belastung ausgesetzt war. »Na schön«, brummte Galder Wetterwachs, »wenn das so ist, benötige ich einige silberne Pinzetten, zwei Becher Katzenblut, eine kleine Peitsche und einen Stuhl.« Es heißt, Stille sei das Gegenteil von Lärm. Aber das stimmt nicht. Stille ist nur die Abwesenheit von Geräuschen. Im Vergleich zu der samtenen Implosion von Geräuschlosigkeit, welche die Zauberer mit der Wucht einer auseinanderfliegenden Pusteblume traf, wäre Stille ein geradezu ohrenbetäubender Radau gewesen. Eine dicke Säule aus flackerndem Licht wuchs aus dem Buch, fraß sich Funkenstieben durch die Decke und verschwand. Galder starrte zum Loch hoch und ignorierte die schwelenden Stellen in seinem Bart. Mit einer dramatischen Geste hob er den rechten Arm. »Zum oberen Keller«, rief er und eilte die Treppe hoch. Die Troddeln seiner Pantoffeln schwangen wie Schlegel hin und her und das Nachthemd wehte wie eine Fahne. Die anderen Zauberer folgten ihm und stolperten übereinander, als jeder versuchte, der Letzte zu sein. Trotzdem trafen sie alle rechtzeitig ein, um zu sehen, wie sich der Feuerball aus okkulter Potentialität durch die Decke des nächsten Zimmers brannte. »Au!«, stieß der jüngste Zauberer hervor und deutete auf den Boden. Der Raum hatte zur Bibliothek gehört, bis die Magie hindurch raste und alle Möglichkeitspartikel durcheinander brachte. Daher gab es guten Grund anzunehmen, dass sowohl die kleinen purpurnen Wassermolche als auch die Ananassauce zuvor Bücher gewesen waren. Und einige Zauberer schworen später, in dem Orang-Utan, der traurig und kummervoll inmitten des Chaos hockte, den obersten Bibliothekar erkannt zu haben. Galder sah nach oben. »Zur Küche«, donnerte er, wartete durch die Ananassauce und erreichte kurz darauf die nächste Treppe. Niemand fand heraus, wozu sich der große, gusseiserne Herd verwandelt hatte, denn er war durch die Wand gebrochen und verschwunden, bevor die atemlosen Zauberer ins Zimmer stürmten und sich aus weit aufgerissenen Augen umsahen. Den fürs Gemüse zuständigen Koch entdeckte man nach einer Weile im Suppentopf und er brabbelte unverständliche Dinge, wie zum Beispiel »Die Haxen!«, »Die grässlichen Haxen!«, Die letzten magischen Schwaden trieben weitaus träger als vorher durch die Decke. »Zum großen Saal!« In diesem Bereich war die Treppe wesentlich breiter und besser beleuchtet. Die in aromatischen Ananasduft gehüllten Zauberer keuchten und die sportlicheren unter ihnen brachten die letzten Stufen hinter sich, als der Feuerball die Mitte der zugigen Kammer erreichte, die das Zentrum der Universität darstellte. Dort verharrte er reglos. Die einzigen Bewegungen stammten von kleinen Auswüchsen, die sich an der Oberfläche bildeten und leise zischten. »Zauberer rauchen, wie jedermann weiß!«, das erklärte vermutlich den Chorus aus asthmatischem Husten und Blasebalgschnaufen, der hinter Galder ertönte, als er versuchte, die Lage einzuschätzen, und überlegte, ob er versuchen sollte, sich nach einem Versteck umzusehen. Er griff nach der Schulter eines ängstlichen Novizen. »Hol die Seher! Kristallschauer, Weitblicker, Rätseldeuter, Omenbefrager und Kaffeesatzleser aus den Betten!«, wies er den Lehrling an. »Dieses Phänomen muss untersucht werden!« Irgendetwas formte sich im Innern des Feuerballs. Galder schirmte sich die Augen ab und beobachtete, wie der Schatten konturen gewann. »Ja, kein Zweifel!« »Das Universum!« Er war deshalb völlig sicher, weil er in seinem Arbeitszimmer ein entsprechendes Modell aufbewahrte, von dem alle meinten, es sei viel beeindruckender als das Original. Angesichts der Möglichkeiten, die ihm Staubperlen und silbernes Filigran boten, hatte der Schöpfer nur ratlos mit dem Kopf geschüttelt. Doch das winzige Universum im Innern des Feuerballs wirkte unheimlich und nun echt. Es mangelte ihm nur an Farbe. Galder sah nichts weiter als transparenten, milchigen Dunst. Kurze Zeit später erkannte er Groß Ardwin, die vier Elefanten auf ihrem oder seinem Rücken, auch die Scheibenwelt. Sein gegenwärtiger Standort verwehrte ihm einen Blick auf die Oberfläche, was jedoch nichts daran änderte, dass alle Einzelheiten maßstabsgerecht nachgebildet waren. Er bemerkte eine winzige Reproduktion des Massivs Cori Celesti und erinnerte sich an die zänkischen und ein wenig kleinbürgerlichen Götter, die auf dem Gipfel des riesigen Gebirges wohnten, in einem Palast aus Marmor und Alabaster, gekleidet in völlig unmodische, dreiteilige Gewänder aus kitschigem Moquette, die sie in heiliger Geschmacksverirrung als Würdentracht bezeichneten. Alle Bewohner der Scheibenwelt, die Wert auf Kultur legten, empfanden es als Ärgernis, dass das Kunstverständnis ihrer Götter nicht über singende Türklingeln hinausging. Das kleine Embryonen-Universum bewegte sich langsam, neigte sich zur Seite. Galder versuchte zu schreien, aber er brachte keinen Laut von den Lippen. Der Schatten dehnte sich zögernd, doch mit der unaufhaltsamen Schicksalhaftigkeit eine Explosion. Zuerst entsetzt und dann erstaunt sah er zu, wie ihn der Rand des Universums durchdrang, so mühelos wie ein Gedanke. Er streckte die Hand aus, und die geisterhaft blassen Schemen von Hügeln und Bergen glitten in geschäftiger Stille an seinen Fingern vorbei. Groß Arduin, größer als ein Haus, war bereits im Boden versunken. Die Zauberer hinter Galder standen bis zu den Hüften in Seen. Wetterwachs bemerkte ein Boot, kleiner als ein Fingerhut, dem er sekundenlang nachstarrte, ehe es von der Strömung durch die Wand getragen wurde. Zum Dach! brachte er hervor und deutete zitternd in die Höhe. Jene Magier, die ihre Hustenanfälle überwunden hatten und noch nicht zu verwirrt waren, um in Panik zu geraten, folgten ihm durch Kontinente, die durch festen Stein schwebten. Draußen herrschte noch immer die Dunkelheit der Nacht, doch ein fahles Glimmen kündigte den neuen Tag an. Ein sichelförmiger Mond ging gerade unter. Ankh-Morpork, die größte Stadt in der Nähe des runden Meeres, schlief. Obwohl, diese Behauptung ist nicht ganz richtig. Die Bürger der Stadt, die sich normalerweise damit beschäftigen, Gemüse zu verkaufen, Hufeisen zu schmieden, kostbaren Jadeschmuck herzustellen, Geld zu wechseln und Tische zu zimmern, lagen tatsächlich in ihren Betten und träumten süß. Jedenfalls die meisten. Bis auf diejenigen, die an Schlaflosigkeit litten oder gerade aufgestanden waren, um auf die Toilette zu gehen. Die anderen Bewohner der Stadt, die nicht ganz so viel von Recht und Ordnung hielten, waren putzmunter. Sie schlichen durch Häuser, in denen sie eigentlich überhaupt nichts zu suchen hatten, schnitten Kehlen durch, prügelten sich und lauschten lauter Musik, die in stickigen Kellern erklang. Mit anderen Worten, sie hatten mächtig Spaß. Die überwiegende Mehrheit der Tiere schlief, abgesehen natürlich von den Ratten und den Fledermäusen. Was die Insekten betraf, nun, damit soll Folgendes verdeutlicht werden. Allgemein beschreibende Formulierungen sind selten genau. Und während Olaf Quimby II. als Patrizier von Ankh herrschte, erließ er ein Gesetz, das derartige Dinge verbot. Seine Absicht bestand ganz einfach darin, Berichte glaubwürdiger zu machen. Wenn es zum Beispiel in einer Legende von einem kühnen Helden hieß, alle bewunderten seine Tapferkeit, so fügte jeder Barde, dem etwas an seinem Leben lag, hastig hinzu, bis auf einige Leute in seinem Heimatdorf, die ihn für einen Aufschneider hielten und viele andere Leute, die noch nie etwas von ihm gehört hatten. Dichterische Gleichnisse beschränkten sich auf Bemerkungen wie »Sein mächtiges Ross war so schnell wie der Wind an einem recht ruhigen Tag«, sagen wir bei Windstärke 3. Für unvorsichtige Behauptungen über Prinzessinnen, die so schön gewesen seien, dass sie alle Männer verzauberten, mussten hieb- und stichfeste Beweise vorgelegt werden, etwa die granitene Hand eines zu Stein erstarrten Minnesängers. Quimby wurde schließlich von einem wütenden Poeten getötet. Er kam bei einem Experiment ums Leben, das auf dem Palastgelände stattfand, um ein Sprichwort zu beweisen. Die Feder ist mächtiger als das Schwert. Zu seinem Gedenken erweiterte man es um den Zusatz, aber nur, wenn das Schwert sehr klein und die Feder besonders groß und spitz ist. Nun gut. Ungefähr 67, vielleicht auch 68 Prozent der Stadtbewohner schliefen. Die anderen Bürger, die unterdessen ihren in der Regel ungesetzlichen Geschäften nachgingen, bemerkten nichts von der fahlen Flut, die durch die Straßen strömte. Nur die Zauberer, daran gewöhnt, Unsichtbares zu erkennen, beobachteten, wie sie das Land eintauchte. Die Scheibenwelt ist flach und hat deshalb keinen richtigen Horizont. Wenn sich abenteuerlustige Seefahrer mit närrischen Vorstellungen von Kugeln auf die Suche nach den Antipoden machen, stellen sie rasch fest, warum ferne Schiffe den Eindruck erwecken, über den Rand der Welt zu fallen. Die Erklärung ist ganz einfach. Sie fallen wirklich über die Kante. Doch in der dunstigen, staubigen Luft war selbst die Reichweite von Galders Blick begrenzt. Er hob den Kopf. Mit seinen 8888 Stufen überragte der Turm der Kunst die Universität. Und er stand in dem Ruf, das älteste Gebäude auf der ganzen Scheibenwelt zu sein. Vom Zinnendach aus, das Raben und beunruhigend aufmerksamen Wasserspeiern als Treffpunkt diente, konnte der Zauberer bis zum Rand der Scheibe sehen. Nachdem er zuvor etwa 10 Minuten lang hingebungsvoll gekeucht hatte. Von wegen, brummte Galder. Es hat doch schließlich seine Vorteile, Magier zu sein, oder? Abracadabra holt's der Teufel! Ich will fliegen! Herbei, ihr Mächte der Luft und Finsternis! Er streckte eine knorrige Hand aus und deutete auf eine bröckelige Stelle der Brustwehr. Oktarine Funken stoben unter seinen Nikotin-gelben Fingernägeln hervor und sausten den verwitterten Steinen weit oben entgegen. Fels brach und fiel. Mithilfe eines genau berechneten Austauschs von Bewegungsmomenten stieg Galder auf, und das Nachthemd flatterte an seinem knochigen Leib. Immer höher schwebte er, raste durch das blasse Glühen wie ein, in Ordnung, wie ein älterer und mächtiger Zauberer, der emporgerissen wurde, weil er dem Universum an der richtigen Stelle einen Tritt gegeben hatte. Er landete auf einigen alten Nestern, bemühte sich, Gleichgewicht zu gewinnen und genoss den schwindelerregenden Anblick der Scheibenweltdämmerung. Zu dieser Zeit des langen Jahres befand sich das Runde Meer fast auf der Sonnenseite Cori Celestis, und als das Tageslicht die steilen Hänge hinabglitt und die Region von Ankh-Morpork erreichte, wuchs der spitze Schatten des Massivs in die Länge wie der lange Zeiger einer göttlichen Sonnenuhr. Galda kniff die Augen zusammen, als er im Bereich der Nacht eine dünne, weiße Front sah, die dem langsamen Licht figürliche Beine machte. Hinter ihm knarrten trockene Zweige. Als sich der Zauberer umdrehte, fiel sein Blick auf Imper Trimen, den zweithöchsten Magier des Ordens. Nur Imper war imstande, ihm auf den Turm zu folgen. Galda ignorierte ihn einige Sekunden lang, hielt sich vorsichtshalber an der Brustwehr fest und verstärkte seinen persönlichen Schutzzauber. Das Gewerbe der Magie gewährte denjenigen, die ihm nachgingen, für gewöhnlich eine besonders hohe Lebenserwartung und dieser Umstand erschwerte Beförderungen. Deshalb versuchten jüngere Zauberer häufig, den langen Weg zu Ruhm und Macht abzukürzen, indem sie in die Fußstapfen toter Vorgänger traten und die Stelle des Meisters einnahmen, den sie zuvor auf mehr oder weniger elegante Weise umgebracht hatten. Außerdem hielt Galda Trimans Gebaren für in höchstem Maße verdächtig. Er rauchte nicht, trank nur abgekochtes Wasser und, was noch weitaus schlimmer war, erschien klug und gewitzt zu sein. Er lächelte nicht oft, mochte Zahlen und jene Art von Organisationsdiagrammen, die viele Kästen mit Pfeilen aufwiesen, die auf andere Rechtecke zeigten. Kurz gesagt, Trimans gehörte zu den Männern, die es ernst meinten, wenn sie von Personal sprachen. Die sichtbaren Regionen der Scheibenwelt waren nun mit einem weiß schimmernden Film bedeckt, der sich allen Konturen anpasste. Als Galda auf seine Hände starrte, stellte er fest, dass sich ein dünnes Netzwerk aus glänzenden Linien darauf bildete, die allen seinen Bewegungen folgten. Diesen Zauber kannte er. Er hatte ihn selbst einmal benutzt, in einer kleineren, wesentlich beschränkteren Form. »Es ist der Zauber des Wandels«, sagte Trimans, »die ganze Welt wird verändert.« Einige Leute, dachte Galda grimmig, hätten den Anstand ein Ausrufezeichen hinter eine solche Bemerkung zu setzen. Unmittelbar darauf vernahm er ein zartes Zirpen, so als zerbreche das Herz einer an Liebeskummer leidenden Maus. »Was war das?«, fragte er. Trimans neigte den Kopf zur Seite. »Zis, glaube ich«, sagte er. Galda schwieg. Der weiße Glanz verflüchtigte sich, und der Wind trug den beiden Zauberern die ersten Geräusche der erwachenden Stadt entgegen. Nichts schien sich verändert zu haben. »Warum die Mühe, nur um alles so zu lassen, wie es ist,« fuhr es Wetterwachs durch den Sinn. Er suchte in den Taschen seines Nachthemds und fand das, was er suchte, schließlich hinter dem einen Ohr. Rasch schob er sich den feuchten Stummel zwischen die Lippen, schnippte mit den Fingern und beschwor ein magisches Feuer, mit dem er den Zigarettenrest anzündete und sog so lange, bis farbige Schlieren vor seinen Augen erschienen. Er hustete kurz und blies eine Rauchwolke von sich. Galda konzentrierte sich und dachte angestrengt nach. Er versuchte, sich zu erinnern, ob ihm irgendeiner der Götter einen Gefallen schuldete. Die seltsamen Vorgänger auf der Scheibenwelt verwunderten die Götter ebenso sehr wie die Zauberer. Doch selbst wenn sie in der Lage gewesen wären, etwas gegen das seltsame Glühen zu unternehmen, was bezweifelt werden muss, Ihr Hauptaugenmerk galt dem äonenlangen Kampf gegen die Eisriesen, die sich weigerten, ihnen den Rasenmäher zurückzugeben. Niemand wusste, was sich zugetragen hatte. Doch es gab einige Hinweise, und einer davon betraf Rincewind. Bei der Rückschau auf sein vergangenes Leben erreichte er gerade eine recht interessante Stelle, die ihm einen 15-jährigen Knaben zeigte, der erste Erfahrungen in Bezug auf das andere Geschlecht sammelte. Und plötzlich musste er sich der Erkenntnis beugen, dass er gar nicht mehr starb, sondern kopfüber in einer hohen Fichte hing. Sein Körper gehorchte natürlich dem Gesetz der Schwerkraft, indem er von einem Ass zum nächsten fiel. Jedoch, bevor sich Rincewind über diese neue Wendung des Schicksals Gedanken machen konnte, landete er auf zum Glück recht weichem Waldboden, schnappte nach Luft und wünschte sich, ein anständigerer Mensch gewesen zu sein. Auf irgendeine Art und Weise, so hoffte er, sollte es möglich sein, seine sonderbaren Erlebnisse zu erklären. Im einen Augenblick stirbt man, nach einem Sturz über den Rand der Welt, und im nächsten findet man sich in einer Fichte wieder. Rincewind runzelte die Stirn. Und wie immer bei solchen Gelegenheiten rührte sich die Zauberformel in seinem Bewusstsein. Von seinen Lehrern war er mehrfach darauf hingewiesen worden, in der Kunst der Magier sei er mindestens ebenso geschickt wie Fische beim Bergsteigen. Wahrscheinlich hätte man ihn irgendwann aus der unsichtbaren Universität verstoßen. Er konnte Zaubersprüche nicht im Gedächtnis behalten, und wenn er rauchte, drehte sich ihm der Magen um. Doch richtig problematisch wurde seine Lage erst, als ihm die törichte Idee kam, in das Zimmer mit dem Oktav zu schleichen und einen Blick ins angekettete Buch zu werfen. Und was alles noch schlimmer machte, niemand vermochte herauszufinden, wer oder was die Vorhängeschlösser vorübergehend entriegelt hatte. Nun, der Zauberspruch war kein besonders anspruchsvoller Untermieter in Rincewinds Geist. Er hockte einfach nur da, wie eine alte Kröte im Teich. Doch immer dann, wenn sich der Magier müde und abgespannt fühlte, oder wenn er sich fürchtete wie jetzt, regte sich die Formel und wollte ausgesprochen werden. Keiner wusste, was geschehen würde, wenn man einen der acht großen Zaubersprüche für sich allein murmelte, doch die meisten Leute vertraten die Ansicht, in einem solchen Fall sei es besser, weit, weit weg zu sein. Rincewinds gewann plötzlich den Eindruck, dass ihn die taumaturgische Formel am Leben erhalten wollte. Eine überraschende Erkenntnis für jemanden, der gerade vom Rand der Welt gestürzt war und auf einem Haufen Fichtennadeln saß. »Misst mir ganz recht«, brummte er leise. Er stemmte sich in die Höhe und beobachtete den Wald. Rincewind kam aus der Stadt. Er hatte zwar gehört, dass es Pflanzenkenner gab, die Bäume in verschiedene Gruppen und Untergruppen einteilten, aber sein Wissen beschränkte sich darauf, dass das dicke Ding, an dem keine Blätter hingen, in den Boden gehörte. Langsam drehte er den Kopf. Hier ragten viel zu viele Stämme in die Höhe und ihre Anordnung bildete überhaupt kein erkennbares Muster. Außerdem herrschte zwischen ihnen das reinste Chaos. Er nickte grimmig und kam zu dem Schluss, dass der Wald schon seit Äonen nicht mehr gefegt worden war. Noch etwas anderes fiel ihm ein. Er erinnerte sich an die Behauptung, man könne sich orientieren, indem man feststellt, auf welcher Seite eines Stammes Moos wächst. Diese Bäume aber wiesen rundum Moosfladen auf und darüber hinaus weckten Dutzende von hölzernen Warzen und dürre verkrüppelte Äste Rincewinds Aufmerksamkeit. »Wenn Bäume wie Menschen sind«, dachte er, »dann gehören sie in Schaukelstühle vor einem warmen Kamin.« Er versetzte dem nächsten Stamm einen ärgerlichen Tritt. Der Baum reagierte sofort und warf eine wohlgezielte Eichel auf ihn herab. »Au!« entfuhr es dem Zauberer. Gleich darauf ertönte eine Stimme, die sich anhörte, als schwinge eine uralte Tür zu. »Geschieht dir ganz recht.« Eine Zeit lang war es still. Dann fragte Rincewind, »Hast du das gesagt?« »Ja.« »Und das auch?« »Ja.« »Oh!« Er dachte kurz nach und fügte schließlich hinzu, »ich nehme an, du weißt nicht zufällig, vielleicht, möglicherweise, den Weg aus dem Wald?« »Nein«, sagte der Baum, »ich komme nicht viel herum.« »Scheint ein ziemlich langweiliges Leben zu sein.« »Keine Ahnung«, erwiderte der Baum, »ich kenne kein anderes.« »Bin immer nur ein Baum gewesen.« Rincewind sah ihn sich genauer an. Der Stamm wirkte völlig normal, ebenso die Zweige und Blätter. »Bist du ein magisches Wesen?« erkundigte er sich. »So eine Frage hat man mir noch nie gestellt«, antwortete der Baum. »Nun, ich glaube schon.« »Es ist unmöglich, mit einem Baum zu sprechen«, überlegte Rincewind. »Wenn ich anfange, mich mit Bäumen zu unterhalten, bin ich verrückt. Und da ich nicht verrückt bin, können Bäume nicht reden.« Beeindruckt von seiner Logik, sagte er, »Leb wohl!« »Hey, geh noch nicht fort«, sagte der Baum, begriff dann aber die Nutzlosigkeit seiner Bemühungen. Er sah Rincewind nach, der durchs Gebüsch davonstapfte, konzentrierte sich dann wieder auf seine Empfindungen, spürte das Licht der Sonne auf den Blättern, lauschte dem leisen Gurgeln des Wassers, das über die Wurzeln plätscherte, fühlte, wie in den Kapillaren Saft emporstieg, der dem Wechselspiel von Sonne und Mond folgte. »Ein langweiliges Leben«, dachte er, »wie seltsam.« »Natürlich ist uns Bäumen manchmal langweilig. Kein Wunder, wenn man dauernd an einer Stelle steht. Aber das ganze Leben? Und dann werde ich jemals etwas anderes sein?« Zwar sprach Rincewind nie wieder mit diesem einen Baum, aber das kurze Gespräch legte den Grundstein für die erste Baumreligion, die sich im Laufe der Zeit in allen Wäldern auf der Scheibenwelt ausbreitete. Ihr Glaubenssatz lautete folgendermaßen, »Ein Baum, der ein anständiges und tadelloses Leben führt, sich niemals etwas zu Schulden kommen lässt, kann auf ein Leben nach dem Tod hoffen. Wenn er keine Sünde auf sich lädt, wird er in Form von 5000 Rollen Toilettenpapier wiedergeboren.« Einige Meilen entfernt überwand Zweiblum allmählich seine Überraschung angesichts der unverhofften Rückkehr zur Scheibenwelt. Er hockte auf der Hülle des mächtigen Reisenden, der durch die dunklen Wasser eines großen und von Bäumen gesäumten Sees tauchte. Seltsamerweise machte er sich keine besonderen Sorgen. Zweiblum war Tourist, der erste Vertreter dieser neuen Spezies, die sich nur sehr zögernd in den Scheibenweltregionen entwickelte. Seine ganze Existenz gründete sich auf die unerschütterliche Überzeugung, dass ihm eigentlich nichts wirklich Schlimmes zustoßen konnte, weil er sich mit der Rolle eines Beobachters zufrieden gab. Er glaubte auch, dass ihn alle Leute verstanden, wenn er laut und deutlich sprach, hielt Fremde zunächst immer für vertrauenswürdig und meinte, mit gutem Willen und vernünftigem Verhalten ließen sich alle Probleme lösen. Im Prinzip verlieh ihm diese Einstellung eine Überlebenschance, die kaum größer war als die einer Seifenblase. Aber Rincewind musste immer wieder verblüfft zur Kenntnis nehmen, dass Zweiblums Philosophie funktionierte. Wenn er mit irgendeiner Gefahr konfrontiert wurde, reagierte er mit solcher Gelassenheit, dass die Gefahr den Mut verlor, aufgab und verschwand. Allein der Umstand, dass er nicht mehr atmen konnte, brachte Zweiblum nicht aus der Fassung. Er vertrat die Auffassung, eine moderne Gesellschaft ließ es bestimmt nicht zu, dass Leute einfach so ertranken. Die einzigen Sorgen, die er sich machte, betrafen sein Gepäck. Trost spendete ihm die Erinnerung, dass der Koffer aus intelligentem Birnbaumholz bestand und klug genug war, allein zurechtzukommen. In einem anderen Teil des Waldes unterzog sich ein junger Schamane gerade einem höchst bedeutsamen Teil seiner Ausbildung. Er verspeiste den sakralen Pilz, rauchte das heilige Rizom, puderte sich sorgfältig ein und schob sich die mystischen Kräuter und Beeren in verschiedene Körperöffnungen. Anschließend nahm er mit überkreuzten Beinen unter einer Kiefer Platz und konzentrierte sich zunächst darauf, eine Verbindung zu den ebenso sonderbaren wie wundervollen Geheimnissen im Herzen des Seins herzustellen. Doch schon nach kurzer Zeit richtete sich sein Bemühen vor allen Dingen darauf, seinen Kopf am Auseinanderplatzen zu hindern. Der obere Teil des Schädels schien bestrebt zu sein, abzuheben und fortzufliegen. Blaue, vierseitige Dreiecke zogen brennend durch sein Blickfeld. In unregelmäßigen Abständen rang er sich ein wissendes Lächeln ab und gab so ausdrucksvolle Laute wie O und A von sich. Irgendetwas bewegte sich vor ihm in der Luft. Und unmittelbar darauf entstand ein Phänomen, das der junge Schamane später folgendermaßen beschrieb. Eine Art Explosion, die umgekehrt verlief, du weißt schon, was ich meine. Plötzlich materialisierte sich dort, wo zuvor nur Leere gewesen war, eine große und ziemlich mitgenommen aussehende Holzkiste. Mit einem dumpfen Pochen fiel sie ins Welke Laub, streckte Dutzende von kleinen Beinen aus, drehte sich schwerfällig um und sah den Schamanen an. Nun, sie hatte natürlich kein Gesicht, aber trotz des mykologischen Dunstes, der vor ihm wallte, zweifelte der junge Mann nicht daran, dass die Kiste ihren Blick auf ihn richtete. Und einen ziemlich finsteren noch dazu. Es ist erstaunlich, wie unheilvoll ein Schlüsselloch und mehrere Spangen aussehen können. Tiefe Erleichterung durchströmte ihn, als der Koffer auf für Truhen typische Art und Weise mit den Hölzernen Achseln zuckte, sich umwandte und in langsamem Galopp davonstürmte. Mit einer übermenschlichen Anstrengung gelang es dem Schamanen aufzustehen und einige Schritte zu gehen. Nach wenigen Metern blieb er wieder stehen, starrte zu Boden und gab die Verfolgung auf, da er plötzlich glaubte, keine Beine mehr zu haben. Unterdessen hatte Rincewind einen Pfad gefunden. Er verlief nicht gerade, beschrieb immer wieder Kurven, die den Zauberer störten, und außerdem fehlte ihm ein anständiges Kopfsteinpflaster, aber immerhin gab er ihm die Möglichkeit, sich die Zeit zu vertreiben. Einige Bäume versuchten, ihn in ein Gespräch zu verwickeln, aber inzwischen war Rincewind so gut wie sicher, dass es sich dabei keineswegs um eine charakteristische Verhaltensweise von Bäumen handelte und deshalb beachtete er sie nicht. Stunden verstrichen. Um ihn herum herrschte Stille. Abgesehen vom Summen lästiger Insekten, die ihn dauernd zu stechen versuchten, dem gelegentlichen Knacken eines herabfallenden Zweigs und dem Flüstern der Bäume, die sich über Religion und den Ärger mit Eichhörnchen unterhielten. Rincewind begann, sich sehr einsam zu fühlen. Er stellte sich vor, wie er für immer und ewig durch den Wald irrte, auf Blättern schlief und sich von 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 den Dingen ernährte, die ihm ein solcher Ort anbot. Bäume, dachte er und schnitt eine Grimasse, Nüsse und Beeren. Vermutlich blieb ihm nichts anderes übrig als Rincewind. Er hob den Kopf und sah zwei Blumen, der über den Weg wanderte, platschnass und ganz offensichtlich quietschvergnügt. Hinter ihm lief der Koffer wie ein treuer Hund. Alle Gegenstände, die aus diesem Holz hergestellt sind, folgen ihren Eigentümern überall hin. Es wurde oft benutzt, um Koffer für die Grabbeilagen sehr reicher Könige anzufertigen, die ihr Leben im Jenseits nicht ohne frische Unterwäsche beginnen wollten. Rincewind seufzte. Bisher hatte er angenommen, der Tag könne nicht noch schlimmer werden. Ein besonders nasser und kalter Regen fiel. Rincewind und zwei Blumen saßen unter einem Baum und beobachteten ihn. Rincewind? Hm? Warum sind wir hier? Nun, manche Leute meinen, der Schöpfer des Universums habe die Scheibenwelt und alles darauf geschaffen. Andere sind der Ansicht, es sei eine sehr komplizierte Geschichte, bei der es angeblich um die Hoden des Himmels Gottes und die Milch der himmlischen Kuh geht. Einige behaupten, wir verdanken unserer Existenz nur der völlig zufälligen Zunahme von Wahrscheinlichkeitspartikeln. Aber wenn du fragst, warum wir uns hier befinden, obgleich wir vom Rand der Scheibe gefallen sind, nun, ich habe nicht die geringste Ahnung, vermutlich ist alles nur ein dummes Versehen. Oh, glaubst du, in diesem Wald gibt es irgendetwas zu essen? Ja, erwiderte der Zauberer bitter, uns. Ich habe einige Eicheln, wenn ihr möchtet, sagte der Baum freundlich. Einige Sekunden lang herrschte Regenfeuchte Stille. Rincewind, der Baum sagte gerade, Bäume können nicht sprechen, unterbrach ihn Rincewind nervös. Es ist sehr wichtig, das nicht zu vergessen. Aber du hast doch gehört, wie er Rincewind seufzte. Hör mal, brummte er, im Grunde genommen handelt es sich doch um ein biologisches Problem, nicht wahr? Wenn man reden will, braucht man die dafür notwendige organische Ausrüstung, zum Beispiel Lungen, Lippen und Stimmbänder warf der Baum ein. Ja, genau, bestätigte Rincewind. Er gab keinen Ton mehr von sich und starrte missmutig in den Regen. Ich dachte, Zauberer wüssten alles über Bäume, das Leben in der Wildnis und dergleichen, sagte Zweiblum vorwurfsvoll. Normalerweise kam in seinem Tonfall immer zum Ausdruck, dass er Rincewind für einen außerordentlich fähigen und kompetenten Magier hielt, doch diesmal vibrierte Zweifel in der Stimme des Touristen. Rincewind sah sofort seine Ehre bedroht. Das stimmt auch, versicherte er. Dann sag mir, was das dort für ein Baum ist. Zwei Blumen streckte die Hand aus und Rincewind hob den Kopf. Buche, erwiderte er fest. Nun, um ganz genau zu sein, begann der Baum, brach aber ab, als er den Blick des Zauberers bemerkte. Seltsam, die Früchte sehen aus wie Eicheln, sagte der Tourist. Tja, äh, es handelt sich um die Sessile beziehungsweise ungestielte Abart, meinte Rincewind. Die Bucheckern weisen tatsächlich eine große Ähnlichkeit mit Eicheln auf. Sie führen praktisch alle hinters Licht. Donnerwetter, entfuhr es Zwei Blumen, und der Busch dort drüben? Mistel! Aber die Dornen und roten Beeren! Na und? entgegnete Rincewind streng und sah den Touristen scharf an. Nach einer Weile startet Zwei Blumen zu Boden. Nichts weiter, sagte er schüchtern. Wahrscheinlich habe ich mich geirrt. Mit ziemlicher Sicherheit! Aber darunter wachsen einige große Pilze. Kann man sie essen? Rincewind betrachtete sie vorsichtig. Sie waren in der Tat recht groß, und auf ihren breiten roten Hüten glänzten weiße Flecken. Der Zauberer wußte es natürlich nicht, aber sie gehörten zu einer Art, die der Waldschamane, der einige Meilen entfernt gerade versuchte, mit einem Felsen Freundschaft zu schließen, nur dann verspeiste, wenn er sich zuvor an einen großen und besonders schweren Stein festgebunden hatte. Schließlich seufzte Rincewind, trat in den Regen und sah sich die Pilze genauer an. Er kniete sich ins Laub und spähte unter einen Hut. Nach einigen Sekunden schluckte er und brummte unsicher, ich glaube, wir sollten sie von unserem Speisezettel streichen. Warum? rief Zweiblum. Sind die Lamellen nicht gelb genug? Doch, das schon. Die Stiele, sagte der Tourist. Ich schätze, mit den Stielen ist etwas nicht in Ordnung. Eigentlich sehen sie ganz normal aus. Der Hut, platzte es aus dem Touristen heraus. Er strahlte, der Hut hat die falsche Farbe. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Na schön, warum können wir sie nicht essen? Rincewind hustete. Wegen der winzigen Türen und Fenster, ächzte er. Es sind keine gewöhnlichen Pilze, sondern kleine Häuser. Donner grollte über die unsichtbare Universität. Regen strömte auf die Dächer herab und gurgelte aus den Wasserspeiern. Das heißt, nicht aus allen. Zwei der Schlaueren von ihnen hatten sich unter dem Durcheinander aus Schindeln in Sicherheit gebracht. Sie zogen es vor, im Trockenen zu sitzen. Weit unten, im großen Saal, standen die acht mächtigsten Magier der Scheibenwelt an den Spitzen eines zeremoniellen Oktagramms. Nun, die Wahrheit ist, eigentlich waren sie gar nicht die mächtigsten, aber sie verfügten über große Erfahrungen in der Kunst des Überlebens und angesichts der großen Konkurrenz auf dem Gebiet der Taumaturgie lief das aufs Gleiche hinaus. Hinter jedem Zauberer der achten Stufe warteten mehrere des siebten Rangs und versuchten ständig seinen Posten einzunehmen. Ältere Beschwörer mussten, um den nächsten Geburtstag feiern zu können, einen besonderen Spürsinn entwickeln, zum Beispiel in Hinsicht auf giftige Skorpione in ihren Betten. Ein altes Sprichwort beschrieb ihre Lage recht treffend. Wenn ein Zauberer müde wird, nach Glassplittern in seinem Essen zu suchen, ist er des Lebens überdrüssig. Der älteste Magier, Grauhalt, Spolt von den uralten und einzig wahren Weisen des ungebrochenen Kreises, stützte sich schwer auf seinen dicken Stock und sprach folgende Worte. Beeil dich, Wetterwachs, mir tun die Füße weh. Galda hatte nur eine dramatische Pause eingelegt, um eine angemessene Stimmung entstehen zu lassen. Er warf Grauhalt einen finsteren Blick zu. Nun gut, ich will mich kurz fassen. Dafür wäre ich dir sehr dankbar. Wir haben alle um »Kann irgendjemand von uns behaupten, eine Antwort auf diese Fragen gefunden zu haben?« Die Zauberer wechselten argwöhnische Blicke. Nur bei einer Aufsichtsratssitzung zum Zwecke der Profitverteilung herrschte ebenso großes gegenseitiges Misstrauen wie bei der Versammlung älterer Beschwörer. Andererseits sie alle hatten einen anstrengenden und überaus enttäuschenden Tag hinter sich und so etwas schlägt aufs Gemüt. Kerker-Dimensionen herbeigerufen wurden, zuckten mit Schuppen besetzten oder horngepanzerten Achseln und weigerten sich hartnäckig Auskunft zu geben. Magische Spiegel zerbrachen. Tarotkarten verloren auf rätselhafte Weise ihre Symbole. Kristallkugeln zeigten nichts weiter als grauen Dunst. Selbst Teeblätter, von Zauberern für gewöhnlich als banal und wenig vertrauenswürdig geschmäht, rührten sich nicht mehr von der Stelle, wenn man die Tassen austrank. Mit anderen Worten, die Magier wussten nicht mehr ein noch aus. Galder Wetterwachs bemerkte die Verlegenheit seiner Kollegen und nickte. »Dann schlage ich hiermit das Ritual von Aschgente vor!« sagte er in einem bedeutungsschwangeren Tonfall. Er musste sich eingestehen, dass er mit einer ganz bestimmten Reaktion rechnete, mit Bemerkungen wie »Nein, nicht das Ritual von Aschgente! Der Mensch ist nicht dazu bestimmt, sich in solche Dinge einzumischen!« Doch zu seiner großen Überraschung hörte er zustimmendes Gemurmel. »Gute Idee, klingt vernünftig, lasst uns gleich damit anfangen!« Zögernd und ein wenig verwirrt beauftragte Galder einige jüngere Zauberer damit, verschiedene magische Werkzeuge in den Saal zu bringen. Es wurde bereits angedeutet, dass zu jener Zeit in der magischen Bruderschaft erste Meinungsverschiedenheiten über die angemessene Praktizierung von Zauberei entstanden. Insbesondere jüngere Taumaturgen vertraten die Ansicht, es sei geboten, das Image der Magie zu verbessern. Sie meinten, das Herumpfuschen mit Wachs und Knochen müsse ein Ende finden, sprachen sich dafür aus, den taumaturgischen Forschungen eine moderne Basis zu geben. Dabei dachten sie an umfangreiche Entwicklungsprogramme und dreitägige Konferenzen in guten Hotels, bei denen sie magisch-wissenschaftliche Magazine mit Titeln wie »Ist die Geomantie überholt?« und »Die Bedeutung von Sieben-Meilenstiefeln in der präindustriellen Gesellschaft« lesen konnten. Tryman zum Beispiel beschwor seit einiger Weile kaum noch Magie und beschäftigte sich in erster Linie damit, den Orden mit Sanduhrpräzision zu leiten und dauernd irgendwelche interne Mitteilungen zu schreiben. In seinem Arbeitszimmer hing eine große Karte mit vielen bunten Stecknadeln, kleinen Fähnchen und einem komplexen Liniengewirr. Niemand verstand, was sie darstellen sollte, aber auf alle wirkte sie höchst beeindruckend. Die traditionelleren Zauberer hingegen hielten so etwas für progressiven Firlefanz und bestanden darauf echte Magie erfordere kleine Wachsfiguren, in die man Nadeln stechen könne. Die Oberhäupter der Acht Orden gehörten zu dieser streng orthodoxen Glaubensrichtung und die Utensilien, die ihre Novizen am Rande des Oktagrams aufhäuften, erweckten einen sehr ernsten, okulten Eindruck. Überall lagen Widderhörner, bleiche Totenschädel, verschnörkeltes Metall und dicke Kerzen, obgleich einige jüngere Magier herausgefunden hatten, dass man das Ritual von Aschgente problemlos mit drei kleinen Holzstücken und vier Kubikzentimetern Mausblut durchführen konnte. Normalerweise dauerten die Vorbereitungen mehrere Stunden, aber die vereinte Kraft der älteren Taumaturgen verkürzte diese Zeit erheblich. Nach nur vierzig Minuten intonierte Galder die letzten Worte der Zauberformel. Sie schwebten einige Sekunden lang vor ihm und lösten sich schließlich in nichts auf. Die Luft dicht über dem Oktagramm schimmerte und verdichtete sich. Und plötzlich entstanden die Konturen einer großen, dunklen Gestalt. Eine schwarze Kutte samt Kapuze verhüllte den größten Teil des Körpers und das war auch besser so. In der einen Hand hielt der Unbekannte eine lange Sense und selbst den kurzsichtigsten Magiern entging nicht, dass die Finger nur aus weißen Knochen bestanden. In der anderen Hand sah Galder einige Käsewürfel und eine Ananass am Spieß Nun fragte der Tod mit einer Stimme die kälter war als ein Eisberg. Er bemerkte die verwunderten Blicke der Magier und sah auf den Käse. Ich habe gerade eine Party besucht fügte er ein wenig vorwurfsvoll hinzu. O geschöpfte Erde und der Finsternis wir beschwören dich uns gnädig begann Galder in einem festen gebieterischen Tonfall. Tod nickte Ja, ja, das kenne ich schon, sagte er. Warum hast du mich hierher gerufen? Es heißt, du könntest in Vergangenheit und Zukunft sehen, erwiderte Galder eingeschnappt. Er legte großen Wert auf die Bannrede, da viele Leute meinten, er trüge sie besonders gut vor. Das stimmt haargenau. Würdest du uns dann bitte mitteilen, was heute morgen geschah? fuhr Galder fort. Er straffte seine Gestalt, holte tief Luft und rief, ich befehle dir im Namen Azimrutz Tschikels in Ordnung, ich weiß Bescheid, sagte Tod. Was genau möchtest du wissen? Heute morgen ereigneten sich ziemlich viele Dinge. Menschen wurden geboren und starben. Die Bäume wurden ein wenig größer und die Wellen des runden Meers formten ein recht interessantes Muster. Ich meine das Oktav, unterbrach ihn Galder kühl. Ach, das. Nun, dabei handelte es sich nur um eine Neuordnung der Realität. Wie ich hörte, war das Oktav bestrebt, nicht den achten Zauberspruch zu verlieren. Allem Anschein nach fiel er über den Rand der Welt. Einen Augenblick, brummte Galder. Er kratzte sich am Kinn. Geht es um den Zauberspruch, der sich im Kopf Rinds Wins befindet? Ein großer, dünner Mann, fast dürr, derjenige, der die Formel während all der Jahre mit sich herumgetragen hat, ja. Galder runzelte die Stirn. Die Neuordnung der Realität stellte eine ziemliche Mühe dar, die eigentlich gar nicht nötig war. Jedermann wusste, dass der Tod eines Magiers alle Zaubersprüche in seinem Gedächtnis freisetzte. Warum also die Rettung Rinds Wins? Die Formel wäre gewiss zur Scheibenwelt zurückgekehrt. Und warum? fragte Galder Geistes abwesend, erinnerte sich gerade noch rechtzeitig und fügte rasch hinzu, bei Irrib und Charla, ich beschwöre dich. Ich wünschte, du würdest endlich auf diesen Unsinn verzichten, seufzte Tod. Ich kann dir nur Folgendes sagen. Alle acht Zaubersprüche müssen am nächsten Silvester ausgesprochen werden, sonst wird die Scheibenwelt vernichtet. Was soll das denn heißen? warf Grauhals Spolt ein. Sei still, sagte Galder. Wer? Ich? Nein, er, verkalkter Alter. Das habe ich gehört, zischte Spolt. Ihr jungen Leute! Er brach ab. Tod musterte ihn nachdenklich, so als wolle er sich sein Gesicht einprägen. Äh, machte Galder, wiederhol deine letzten Worte bitte, sonst wird die Scheibenwelt was? Vernichtet, sagte Tod. Kann ich jetzt gehen? Ich habe mein Glas Glühwein stehen lassen. Nein, warte, erwiderte Galder hastig, bei Keliliki, Horizont und so weiter, was meinst du mit vernichtet? Es ist eine uralte Prophezeiung, die an den Innenwänden der großen Pyramide von Zort geschrieben steht, und der Ausdruck vernichtet erscheint mir klar und eindeutig. Mehr kannst du uns nicht mitteilen? Nein. Aber bis Silvester sind es nur noch zwei Monate. Ja. Sag uns wenigstens, wo sich Rincewind derzeit aufhält. Tod zuckte mit den Schultern. Diese Geste wirkte bei ihm besonders imposant. Im Wald von Skund, Randwärts, von den Spitzhornbergen ausgesehen. Was macht er da? Er ist damit beschäftigt, sich selbst zu bemitleiden. Oh! Kann ich jetzt endlich zurück? Galder nickte gedankenverloren. Betrübt dachte er ans Verbannungsritual, das mit den folgenden Worten begann, hinfort mit dir, Dämon aus dem Reich, der acht Teufel. Er kannte einige sehr gut klingende Passagen, und in der Regel nutzte er jede Gelegenheit, um sein rhetorisches Talent zu beweisen. Diesmal aber fehlte ihm der nötige Enthusiasmus. Oh, ja, sagte er, ja, vielen Dank. Und da er es für wichtig hielt, sich auch unter den Geschöpfen der Nacht keine Feinde zu machen, fügte er höflich hinzu, Ich hoffe, es ist eine gute Party. Tod gab keine Antwort. Er starrte Spolt an wie ein Hund, der einen leckeren Knochen sieht, obwohl es in diesem Fall eher umgekehrt war. Ich sagte, ich hoffe, es ist eine gute Party, wiederholte galder etwas lauter. Im Augenblick herrscht eine prächtige Stimmung, antwortete totgelassen. Aber ich schätze, das wird sich spätestens um Mitternacht ändern. Warum? Dann erwarten die anderen von mir, dass ich meine Maske ablege. Im Anschluss an diese Worte entschwand er, ließ nur den leeren Cocktailspieß und ein wenig Konfetti zurück. Ein heimlicher Beobachter hatte das Gespräch belauscht. Das war natürlich gegen die Regeln. Aber Tryman vertrat schon seit einer ganzen Weile die Auffassung, es sei wesentlich angenehmer, Vorschriften zu erlassen, als sich daran zu halten. Bevor die acht älteren Zauberer den großen Saal verließen, um mit einer ernsthaften Diskussion über die Auskünfte des Todes zu beginnen, suchte Tryman die Hauptbibliothek der unsichtbaren Universität auf. Er betrat leise den ehrfurchtgebietenden Ort. Viele der Bücher betrafen magische Geheimnisse, und in diesem Zusammenhang sollte man eins beachten. In den Händen eines ordnungsliebenden Bibliothekars sind sie in höchstem Maße gefährlich, denn er wird dazu neigen, sie alle in ein Regal zu stellen, was keine besonders gute Idee ist, wenn es um Bände geht, aus denen taumaturgische Energie quillt. Wenn sich zwei oder drei in unmittelbarer Nachbarschaft befinden, können sie eine kritische schwarze Masse bilden. Außerdem achten viele der weniger wichtigen Zaubersprüche darauf, welche Gesellschaft sie pflegen, und ihr Protest besteht häufig darin, dass sie andere Bücher durchs Zimmer schleudern. Hinzu kommen natürlich noch die vagen Präsenzen der Dinge aus den Kerker-Dimensionen, die sich an den magischen Lecks zusammendrängen und in den Mauern der Realität ständig nach Lücken suchen. Daraus folgt, dass der Beruf eines magischen Bibliothekars, der seine Arbeitszeit in einer mit taumaturgischer Kraft aufgeladenen Atmosphäre verbringt, mit nicht unerheblichen Risiken behaftet ist. Nun, der oberste Bibliothekar saß auf seinem Schreibtisch, schälte gerade eine Orange und war sich der Gefahren sehr wohl bewusst. Er sah auf, als Triman eintrat. »Ich möchte alle Berichte, die wir über die Pyramide von Zord haben,« sagte der Zauberer. Er hatte sich vorbereitet und zog eine Banane aus der Tasche. Der Bibliothekar betrachtete sie traurig und sprang zu Boden. Triman spürte, wie ihn eine weiche Hand berührte, um ihn an den Regalen entlang zu führen. Das Wesen neben ihm watschelte, wankte dabei immer wieder von einer Seite zur anderen. Dann und wann sträubte sich sein dichter Pelz. Um sie herum zischten die Bücher und dann und wann stoben glitzernde Funken auf. Manchmal flammte eine Entladung purer magischer Energie über die speziellen Blitzableiter, die an den Regalen befestigt waren. Ein metallisch-blauer Geruch lag in der Luft und in der Ferne flüsterten die grässlichen Wesenheiten aus den Kerker-Dimensionen. Wie viele andere Teile der unsichtbaren Universität beanspruchte die Bibliothek weitaus mehr Platz als die äußeren Abmessungen vermuten ließen. Magie krümmt den Raum auf eine sehr seltsame Art und Weise und wahrscheinlich war dies die einzige Bibliothek im ganzen Universum, die Möbius-Regale aufwies. Doch der tadellose geistige Katalog des Bücherhüters sorgte dafür, dass er nie die Übersicht verlor. Er verharrte vor einem schwindelerregend hohen Stapel, hangelte sich mit erstaunlichem Geschick an einem wackeligen Gestell empor und verschwand in der Dunkelheit. Kurz darauf raschelte Papier und eine dichte Staubwolke schwebte zu Tryman herab. Dann kehrte der Bibliothekar mit einem dünnen Band zurück. Sagte er. Tryman nahm ihn vorsichtig entgegen. Der Deckel war brüchig und zerknittert und nur einige kleine Partikel erinnerten an das Blattgold der Aufschrift. Tryman konzentrierte sich auf die darunter zurückgebliebenen blassen Flecken und las einige Worte in der alten magischen Sprache des Zorttals. Brrgost Tempel Foh Zort Eine mystisch Gschickte. Fragte der Bibliothekar diensteifrig. Tryman blätterte vorsichtig. In fremden Sprachen kannte er sich nicht sonderlich gut aus, sah in ihnen ein Hindernis für die Verständigung zwischen verschiedenen Kulturen. Er hielt es für besser, eine Art internationale Kommunikationsnorm zu schaffen, die auf einem logischen Zahlsystem basierte, das keinen Platz für Missverständnisse und Fehlinterpretationen ließ. Deshalb schlug sein Herz sofort höher, als er ganze Seiten mit herrlich eindeutigen Hieroglyphen entdeckte. Ist dies das einzige Buch über die Pyramide von Zord? fragte er langsam. Bist du ganz sicher? Mhm. Tryman spitzte die Ohren. Vom Treppenhaus her vernahm er das Schlurfen sich langsam nähernder Schritte, begleitet von Stimmen, die gegenseitig ihre fachliche Kompetenz infrage Zauberer lächelte dünn. Auch darauf war er vorbereitet. Erneut griff er in die Tasche. Möchtest du noch eine Banane? fragte er den Bibliothekar. Der Wald von Skund war tatsächlich verzaubert, wie die meisten Dinge auf der Scheibenwelt. Außerdem gab es im Rest des Universums sicher keinen anderen Wald, der »Die Finger weg, du Blödmann« hieß, so lautete die wörtliche Übersetzung des Wortes Skund. Bedauerlicherweise fand diese Art der Namensgebung eine breite Anwendung. Als die ersten Forschungsreisenden aus den warmen Regionen im Bereich des runden Meers das kühle Hinterland erreichten, füllten sie die weißen Stellen auf ihren Karten auf folgende Weise. Sie schnappten sich den nächsten Einheimischen, deuteten auf irgendeinen Teil der Landschaft, sprachen laut und deutlich und schrieben die verwirrte und manchmal auch ärgerliche Antwort des Befragten nieder. Aus diesem Grund enthielten die Atlanten seit zahllosen Generationen eher seltsame geografische Angaben wie »Nur ein Berg, was soll's« und »Nur ein Berg, was soll's« und »Natürlich »Finger weg, du Blödmann«. Regenwolken hingen über den kahlen Olskun-Rahoth-Höhen, was übersetzt heißt »Wer ist der Narr, der nicht weiß, was ein Berg ist?« und der Koffer machte es sich unter einem tropfnassen Baum bequem, der vergeblich versuchte, ein Gespräch mit ihm zu beginnen. Zwei-Blum und Rinswind stritten sich miteinander. Der winzige Mann, um den es dabei ging, hockte auf seinem Pilz und hörte fasziniert zu. Er sah wie jemand aus, der wie jemand roch, der in einem Pilz wohnte, und das beunruhigte den Touristen. »Warum hat er denn keine rote Mütze?« Rinswind zögerte und fragte sich mit wachsender Verzweiflung, worauf Zwei-Blum hinaus wollte. Schließlich gab er auf. »Was?« erwiderte er. »Er müsste eigentlich eine rote Mütze tragen,« beharrte Zwei-Blum, »und er sollte sauberer und fröhlicher sein. Gnome habe ich mir immer anders vorgestellt.« »Was soll das heißen?« »Nimm nur den Bart,« sagte Zwei-Blum ernst. »Ich habe Ziegen mit wesentlich längeren und hübscheren gesehen.« »Meine Güte,« brummte Rinswind, »er ist fünfzehn Zentimeter groß und wohnt in einem Pilz. Diese Beschreibung trifft haargenau auf Gnome zu. »Vielleicht will er sich damit nur tarnen?« Rinswind beobachtete den Gnom aus zusammengekniffenen Augen. »Entschuldige,« sagte er, griff nach dem Arm des Touristen und führte ihn auf die andere Seite der Lichtung. »Jetzt hör mir mal gut zu,« presste Rinswind zwischen zusammengebissenen Zähnen hervor. »Wenn er fünf Meter groß wäre und behauptete, ein Riese zu sein, hieltest du ihn dann für einen Kobold?« »Vielleicht für einen Kobold, der auf Stelzen steht,« erwiderte Zwei-Blum trotzig. »Lieber Himmel,« ächzte Rinswind und sah zu der winzigen Gestalt zurück, die mit hingebungsvollem Eifer in der Nase bohrte. »Gnome, Riesen, Kobolde, Feen, Elfen, von mir aus auch Klabautermänner und Waldschrate, entscheide dich, du hast die freie Wahl!« Zwei-Blum schürzte die Lippen. »Elfen kommen nicht in Frage,« erwiderte er fest. »Sie tragen grüne Kleidung, haben spitze Ohren und kleine Antennen am Kopf. Ich kenne sie von Bildern.« »Von welchen Bildern?« Zwei-Blum zögerte und sah zu Boden. »Ich glaube, es hieß...« »Es? Was meinst du damit?« Der winzige Mann schien sich plötzlich für seine Handrücken zu interessieren. »Es hieß »Elfengeschichten für die Kleinen«,« sagte der Tourist kleinlaut. Rinswind zwinkerte. »Beschreibt es die Möglichkeiten, Ihnen aus dem Weg zu gehen?«, fragte er. »Oh nein,« entgegnete Zwei-Blum eifrig. »Es schildert, wo man sie finden kann. Ich erinnere mich jetzt wieder an die Illustrationen.« Verträumt wanderte sein Blick in die Ferne, und Rinswind stöhnte innerlich. Unter anderem war auch die Rede von einer Fee, die des Nachts kommt, um Zähne zu holen. »Braucht sie etwa ein neues Gebiss?«, erkundigte sich Rinswind in einem nun bissigen Tonfall. »Nein, nein, keineswegs. Du hast mich völlig falsch verstanden. Mit ihren Zähnen ist alles in Ordnung. Sie nimmt nur diejenigen von Kindern, als eine Art Andenken. Ich weiß nicht genau, wie dem auch sei. Wenn Jungen und Mädchen ihre Milchzähne verlieren, legen sie sie am Abend unters Kopfkissen. Dann kommt die Fee, holt sie und lässt irgendein kleines Geschenk zurück.« »Warum? Warum was? Warum sammelt sie Zähne? Keine Ahnung.« Rinswind stellte sich ein sonderbares Wesen vor, das in einem ganz aus Zähnen bestehenden Schloss wohnte. Es war jene Art von gedanklichem Bild, das man am liebsten sofort wieder vergessen möchte und von dem man sich einfach nicht befreien kann. »Nein, nein, 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 nein«, machte er und rollte mit den Augen. Rote Mützen. Er überlegte, ob er dem Touristen erklären sollte, wie das alltägliche Leben eines Gnoms aussah. Frösche, die eine üppige Mahlzeit darstellten, das riesige Gewölbe eines Kaninchenbaus, das Schutz vor dem Regen bot, aber nur dann, wenn es nicht zu stark regnete. Eulen, die Schrecken der Nacht. Ja, eine Idylle, wahrhaftig. Hosen aus Maulwurfspilz mochten so lange romantisch erscheinen, bis man den ursprünglichen Eigentümer in die Enge treiben und ihm im wahrsten Sinne des Wortes das Fell über die Ohren ziehen musste. Und was rote Mützen anging, alles, was sich im Wald bewegte und bunt genug war, um Aufmerksamkeit zu erregen, erreichte kein hohes Alter. Er wollte sagen, »Hör mal zwei Blumen, Gnome und Kobolde führen ein kurzes, hartes und ziemlich gefährliches Leben, und für jemanden, der nichts zu lachen hat, gibt es keinen Grund, fröhlich zu sein.« Rinswind legte sich die entsprechenden Worte zurecht, hielt sie jedoch zurück. Denn zwei Blumen interessierte sich für die ganze Vielfalt der Schöpfung, bewunderte sogar gewöhnliche Kieselsteine, wenn sich ihm eine Gelegenheit bot, begegnete allem Neuen mit Aufgeschlossenheit. Trotzdem sprang er nie über den eigenen Schatten. Im Grunde genommen beschränkte sich seine Welt auf die Maßstäbe, die er ihr anlegte. Wenn ihm jemand die Wahrheit sagte, mochte er wie ein kleines Kind reagieren, dem man erzählte, in Wirklichkeit sei der Weihnachtsmann längst in Pension gegangen und ließe sich von seinem jüngeren Bruder vertreten, der jedoch ein Faulpelz war und es vorzog, den Winter irgendwo in den Tropen zu verbringen. Aus diesem Grund mussten dauernd die eigenen Väter einspringen. »Chimie Wiedelwie«, ertönte eine dünne Stimme dicht neben Rincewinds Fuß. Swires, so hieß der Gnom, sah auf. Der Zauberer hatte ein gutes Ohr für fremde Sprachen und verstand sofort, was ihm der Winzling anbot. »Ich habe noch ein wenig leckeres Molcheis von gestern.« »Klingt verlockend«, sagte Rincewind und verzog das Gesicht. Swires klopfte auf seinen Knöchel. »Ist mit dem anderen Großen alles in Ordnung?«, fragte er besorgt. »Er leidet nur an den Nachwirkungen eines Realitätsschocks«, erklärte Rincewind. »Du hast nicht zufällig eine rote Mütze?« »Was?« »Schon gut.« »Ich weiß, wo sich Nahrung für Große befindet«, meinte der Gnom. »Und auch Obdach. Es ist nicht weit.« Rincewind sah zum dunkler werdenden Himmel hoch. »Das Tageslicht glitt über die Landschaft und verschwand in der Ferne, und die Wolken erweckten den Anschein, als habe ihnen gerade jemand etwas von Schnee zugeflüstert.« Offenbar zogen sie den Vorschlag in Betracht. Nun, natürlich durfte man Leuten, die in Pilzen lebten, nicht sofort vertrauen. Aber ein Köder in Form einer heißen Mahlzeit und eines weichen Betts war für den Zauberer viel zu verlockend. Sie machten sich auf den Weg. Nach einigen Sekunden stand der Koffer vorsichtig auf und folgte ihnen. Er drehte sich langsam um, wobei sich die Beine in einem komplizierten Muster bewegten. Ein Teil der Truhe neigte sich nach oben. »Wie fühlt es sich an, von einem Tischler hergestellt worden zu sein?« fragte der Baum beunruhigt. »Tat es weh!« Der Koffer schien darüber nachzudenken. Alle Messinggriffe und Wurmlöcher drückten extreme Konzentration aus. Dann zuckte er mit den Schultern, mit der Klappe, um ganz genau zu sein, und trabte fort. Der Baum seufzte und schüttelte einige welke Blätter von den Zweigen. Die Hütte war klein, baufällig und ebenso reich verziert wie eine Spitzendecke. Rincewind kam zu dem Schluss, dass irgendein verrückter Schnitzer daran gearbeitet und Gelegenheit bekommen hatte, sich richtig auszutoben, ehe man ihn schließlich überwältigen konnte. An Türen und Fensterläden zeigten sich die hölzernen Nachbildungen von Weintrauben und dicken Reben, und an vielen Stellen sah der Zauberer halbmondförmige Ausschnitte. Hunderte von Kiefern zapfenartigen Auswüchsen bedeckten die Wände. Rincewind rechnete jeden Augenblick damit, dass sich eine der oberen Luken öffnete und ein gewaltiger Kuckuck die Zeit verkündete. Darüber hinaus bemerkte er die irgendwie schmierig anmutende Luft. Grüne und purpurne Funken stoben von seinen Fingernägeln. Ein starkes magisches Feld, brummte er, mindestens hundert Millitaum. Magische Kraft wird in Taum gemessen. Ein Taum ist als die taumaturgische Energiemenge definiert, die nötig ist, um eine kleine Taube oder drei normal große Billardkugeln zu beschwören. Hier gibt es überall Magie, sagte Swires. Einst lebte hier eine alte Hexe. Vor vielen Jahren ging sie fort, doch ihre Zauberei ist nach wie vor wirksam und erhellt das Haus. Hey, mit dieser Tür stimmt irgendetwas nicht, rief Zweiblum. Warum braucht ein Haus Magie, um erhalten zu werden, fragte Rincewind. Unterdessen streckte der Tourist die Hand aus und berührte vorsichtig die Wand. Sie ist klebrig! Nougat, erklärte Swires. Ich kann's kaum fassen! Ein echtes Knusperhäuschen! Rincewind, ein echtes! Der Zauberer nickte bedrückt. Ja, erwiderte er verdrießlich. Der sogenannte Zuckerbäcker-Stil in der Architektur hat sich nie durchgesetzt. Misstrauisch beäugte er den Türklopfer aus Lakritze. Irgendwie erneuert es sich immer wieder, sagte Swires. Ein echtes Wunder, nicht wahr? Heutzutage findet man so etwas nur sehr selten. Man kann einfach nicht genug Lebkuchen auftreiben. Im Ernst? fragte Rincewind und schnitt ein finsteres Gesicht. Lasst uns hineingehen, sagte der Gnom. Aber achtet auf die Fußmatte! Warum? Sie besteht aus Zuckerwatte! Die große Scheibe drehte sich langsam unter einer schuftenden Sonne, die endlich Feierabend machen wollte. Das Tageslicht strömte fort, und in tiefen Mulden sammelten sich einige Reste, die schließlich versickerten. Die Nacht brach an. Trymon saß in seinem kühlen Zimmer in der unsichtbaren Universität, über ein Buch gebeugt. Seine Lippen zitterten lautlos, während er mit dem Zeigefinger über die manchmal recht seltsamen Symbole einer uralten Schriftsprache strich. Er las, dass die große Pyramide von Zort, die längst nicht mehr existierte, aus einer Million und dreitausend zehn Kalksteinblöcken errichtet worden war. Er fuhr weiterhin, dass bei dem Bau zehntausend Sklaven ums Leben kamen. Angeblich erstreckte sich im Innern des gewaltigen Gebäudes ein Labyrinth aus geheimen Gängen, und die wesentlichsten Bestandteile der vielgerühmten Zortweisheit zierten die Wände. Die Höhe und Länge, geteilt durch die Hälfte der Breite, ergaben genau 1,67563. Anders ausgedrückt, der Wert entsprach exakt dem 1.237,98712567-fachen der Differenz zwischen der Entfernung zur Sonne und dem Gewicht einer kleinen Apfelsene. Sechzig lange Scheibenweltjahre vergingen bis zur Fertigstellung der Pyramide. Ziemlich viel Mühe, um den Göttern näher zu sein, dachte Triman. Die zehntausend Sklaven, die bei der Arbeit zu Tode geschunden wurden, haben dieses Ziel wesentlich schneller erreicht. Zur gleichen Zeit, im Wald von Skund, knabberten Zweiblum und Rinswind an Pfefferkuchenstücken, die sie aus dem Kamin-Sims gebrochen hatten, und dachten sehnsüchtig an eingelegte Zwiebeln. Und weit entfernt, auf der Scheibenwelt, die einen Kollisionskurs steuerte, was zu diesem Zeitpunkt allerdings noch niemand wußte, abgesehen vielleicht vom Tod, der sich bereits die knöchernden Hände reiben mochte, drehte sich ein berühmter Held eine Zigarette, ohne zu ahnen, was das Schicksal für ihn bereithielt. Mit geübtem Geschick formten seine Finger ein Objekt, das man mit vollem Recht als interessant bezeichnen konnte. Er hatte diese Kunst von den wandernden Zauberern gelernt und sich auch ihrer Angewohnheit zu eigen gemacht, Stummel in einem Lederbeutel aufzubewahren und sie später für neue Zigaretten zu verwenden. Das unerbittliche Gesetz der Wahrscheinlichkeit legte den Schluss nahe, dass zumindest ein Teil des Tabaks schon seit Jahren geraucht wurde, in mehr oder weniger kurzen Abständen. Die Substanz, die der Held gerade zu entzünden versuchte, nun normalerweise fand sie beim Straßenbau Verwendung. Jener Mann genoss einen so guten Ruf, dass ihn einige Reiter, die einem Nomadenstamm angehörten, respektvoll eingeladen hatten. Sie saßen nun an einem Feuer, in dem getrocknete Pferdeäpfel brannten. Normalerweise zogen die Nomaden im Winter randwärts, doch diese Krieger hatten zu lange gewartet, hockten in ihren Zelten, stöhnten angesichts der unglaublich hohen Temperatur von sage und schreibe minus drei Grad und klagten über drohende Hitzeschläge. Nach einer Weile fragte das Oberhaupt der Barbaren, »Worin besteht der größte Wunsch eines Mannes, seine Erfüllung im Leben?« Für gewöhnlich stellten Anführer solche Fragen, um ihre Klugheit zu beweisen oder über ihre Dummheit hinwegzutäuschen. Der Mann rechts von ihm trank nachdenklich ein Glas Stutenmilch und Schneekatzenblut, runzelte die Stirn und gab folgende Antwort. »Die scharfe Linie des Steppenhorizonts, kalter Wind, der einem das Harz erzaust, und der Ritt auf einem guten Pferd.« Der Mann auf der linken Seite sagte, »Der Schrei des weißen Adlers, der unter den Wolken kreist, Schneefall im Wald und ein spitzer Pfeil auf der Sehne.« Das Oberhaupt nickte. »Ich meine, es ist der Anblick eines erschlagenen Feindes, die Demütigung seines Stammes, das Weinen seiner Frauen.« Die anderen Krieger brummten anerkennend bei dieser gräulichen Vorstellung. Dann wandte sich der Anführer ehrfürchtig an seinen Gast, einen kleinen Mann, der seine Frostbeulen am Feuer wärmte. »Und so frage ich auch unseren Gast, dessen Name bereits zu einer Legende wurde. Was kann sich ein Mann vom Leben erhoffen?« Der Gast unterbrach einen weiteren erfolglosen Versuch, die Zigarette oder das, was er dafür hielt, anzuzünden. »Waff hast du gewagt?« erwiderte er und grinste zahnlos. »Was kann sich ein Mann vom Leben erhoffen?« wiederholte der Stammeshäuptling. Die Barbaren beugten sich näher, um die weise Antwort des Helden zu hören. Der Gast dachte lange und angestrengt nach. Erwiderte dann mit fester Stimme, »Heifes Wasser, gute Fahnerzte und weifes Toilettenpapier.« Strahlendes Oktarines Licht glänzte im Ofen. Galder Wetterwachs, bis zur Hüfte nackt, das Gesicht hinter einer Maske aus getöntem Glas verborgen, schielte in den hellen Glanz, hob den großen Schmiedehammer und schlug mit chirurgischer Präzision zu. Die Magie heulte, wand sich in der Zange hin und her, aber der Zauberer kannte keine Gnade und verwandelte sie in einen stabartigen Gegenstand aus zuckendem Feuer. Eine Bodendiele knarrte. Galder hatte viele Stunden damit verbracht, die Dielen richtig zu stimmen. Er achtete das als kluge Vorsichtsmaßnahme in Bezug auf einen ehrgeizigen Novizen, der wie eine Katze schlich. »Des«, und »Des« bedeutete, er befand sich dicht neben der Tür auf der rechten Seite. »Ah, Trymon!«, sagte Galder, ohne aufzusehen. Der jüngere Magier schnappte überrascht nach Luft, und Wetterwachs lächelte zufrieden, als er das leise Zischen hörte. »Nett, dass du gekommen bist! Mach bitte die Tür zu!« Mit ausdruckslosem Gesicht ließ Trymon die Pforte ins Schloss fallen. Auf dem hohen Regal über ihm standen mehrere Einmachgläser mit gefangenen Unmöglichkeiten, die ihn interessiert musterten. Wie alle Werkstätten von Zauberern erweckte auch dieses Arbeitszimmer den Eindruck, als habe ein Tierausstopfer seine Waren in eine Gießerei geworfen, sich anschließend mit einem übergeschnappten Glasbläser geprügelt und da bei einem Krokodil den Schädel eingeschlagen. Es hing an der Decke und roch stark nach Kampfer. Überall funkelten Lampen und Ringe, die Trymon zu gern gerieben hätte. Er bemerkte auch einige Spiegel, die auf ihn die gleiche Wirkung ausübten wie Käse auf eine hungrige Maus. Zwei Siebenmeilenstiefel stampften unruhig in einem nahen Käfig. Eine ganze Bibliothek magischer Bücher, natürlich nicht annähernd so mächtig wie das Oktav, aber trotzdem mit nervösen Zaubersprüchen gefüllt, zerrte an den Ketten, als sie den verstohlenen Blick des Magiers auf sich ruhen spürte. Die geballte Macht, die in diesem Raum fast körperlich fühlbar wurde, verstärkte Trymons Verlangen. Und einmal mehr erhob er stumme Vorwürfe gegen Galder Wetterwachs, weil er so viele wertvolle Dinge verkommen ließ. Und sich stur weigerte zu sterben und endlich einem Nachfolger Platz zu machen. Darüber hinaus hielt er nichts von seinem Hang zu theatralischer Angeberei. Die grüne Flüssigkeit zum Beispiel, die auf einer nahen Werkbank in einem Irrgarten aus dünnen Glasröhren und Kolben auf viel zu geheimnisvolle Weise blubberte. Trymon hatte einen von Galders Assistenten bestochen, und daher wußte er, dass sie nichts weiter war als ganz gewöhnlicher, in Wasser und Seife aufgelöster Farbstoff. Eines Tages, dachte er grimmig, wird das alles verschwinden, angefangen mit dem blöden Alligator. Trymon ballte die Fäuste, so fest, dass die Knöchel weiß hervortraten. »Nun«, sagte Galder fröhlich, hängte die Schürze auf und nahm in seinem Lieblingssessel Platz. Die Armlehnen endeten in Löwenpranken, die Beine in Entenfüßen. »Du hast mir so ein komisches Ding geschickt!« Trymon zuckte mit den Schultern. »Eine Dringlichkeitsnachricht, Herr. Darin wies ich nur darauf hin, dass alle anderen Orden magische Einsatzgruppen zum Skundwald geschickt haben, um den achten Zauberspruch einzufangen, während du die Hände in den Schoß legst,« sagte er. »Ich bin sicher, du hast einen guten Grund dafür. Und wirst ihn zu gegebener Zeit erklären.« »Dein Vertrauen beschämt mich,« meinte Galder vergnügt. »Der Zauberer, der die verlorene Formel findet, erringt große Ehre. Nicht nur für sich, sondern auch für seinen Orden,« fuhr Trymon fort. »Unsere Kollegen benutzen Sieben-Meilen-Stiefel und setzen auch andere Arten mobilmachender Taumaturgie ein. An was für eine Transportmöglichkeit hast du gedacht, Meister?« »Höre ich da einen Hauf von Sarkasmus?« »Keineswegs, Meister.« »Nicht einmal ein kleines bisschen Ironie?« »Nicht das allerkleinste, Meister.« »Gut. Ich habe nämlich nicht die geringste Absicht, die Universität zu verlassen.« Galder bückte sich und griff nach einem alten Buch. Als er ein magisches Wort murmelte, klappte es auf. Ein Lesezeichen, das gewisse Ähnlichkeiten mit einer Zunge aufwies, verschwand hinterm Deckel. Anschließend schob Galder die Hand unters Kissen und holte einen Beutel Tabak und eine Pfeife von der Größe eines Verbrennungsofens hervor. Mit dem hastigen Geschick eines Nikotinabhängigen im letzten Stadium zerriebe er ein wenig Tabak und stopfte die Streusel in den Pfeifenkopf. Er schnippte mit den Fingern und beschwor eine magische Flamme. Er paffte und seufzte zufrieden. Dann sah er auf. »Ach, du bist noch immer hier, Trymon!« »Du hast mich hierher bestellt, Meister«, erwiderte Trymon gelassen. Nun, diese Antwort gab seine Stimme, doch das matte Glitzern in den Augen deutete darauf hin, dass er eine geistige Liste führte, in der jedes herablassende Lächeln, jeder väterliche Tadel und jeder wissende Blick unauslöschlich eingetragen war. Und für alle diese Punkte sollte Galders lebendes Hirn jeweils ein Jahr lang in Essig schwimmen. »Oh, ja, stimmt«, entgegnete Wetterwachs gönnerhaft. »Bitte entschuldige die Vergesslichkeit eines alten Mannes«, erhob das Buch, in dem er gelesen hatte. »Ich halte nichts von der Aufregung, die meine werten Kollegen verbreiten«, sagte er. »Es mag sehr dramatisch sein, fliegende Teppiche und ähnliche Dinge einzusetzen, aber meiner Ansicht nach ist das keine richtige Magie. Denk nur an die sieben Meilenstiefel. Wenn Menschen dazu bestimmt gewesen wären, mit einem Schritt sieben Meilen zurückzulegen, so hätte uns der Schöpfer bestimmt längere Beine gegeben. Äh, wo war ich stehen geblieben?« »Ich bin mir nicht sicher«, sagte Trimon kühl. »Oh, ja, seltsam, dass wir in der Bibliothek nichts über die Pyramide von Zort finden konnten. Man sollte eigentlich meinen, es gäbe dort wenigstens einen zerknitterten Notizblock mit einigen Hinweisen, die unser gegenwärtiges Problem betreffen, nicht wahr?« »Der Bibliothekar muss natürlich bestraft werden.« Galder warf ihm einen kurzen Blick zu, den Trimon unter der Kategorie »wissend« verzeichnete. »Keine drastischen Maßnahmen«, meinte er. »Ich schlage vor, wir streichen die Bananen aus seinem Menü.« Die beiden Männer musterten sich lauernd. Galder sah als erster zur Seite. Es fiel ihm immer schwer, Trimon längere Zeit anzustarren. Er fühlte sich dabei ebenso unbehaglich wie Grauhalt Spolt, als ihn der Tod beobachtet hatte. »Wie dem auch sei«, fuhr er fort, »sonderbarerweise habe ich woanders Hilfe gefunden. In meiner eigenen bescheidenen Büchersammlung, um ganz genau zu sein, im Tagebuch von Skreld Wechselkorb, dem Gründer unseres Ordens. Nun, mein lieber Trimon, du gehörst ganz offensichtlich zu den besonders tatendurstigen Magiern unserer Universität. Immerhin machst du keinen Hehl daraus, dass du dich am liebsten den anderen anschließen würdest. Aber sag mir, was geschieht, wenn ein Zauberer stirbt?« »Glatteis«, dachte Trimon, »alle Zaubersprüche, die er sich eingeprägt hat, werden freigesetzt«, erwiderte er laut. »Das ist allgemein bekannt.« »Aber es trifft nicht auf die ursprünglichen acht großen Zauberformeln zu. Während eines eingehenden Studiums brachte Skreld in Erfahrung, dass sich ein großer Zauber schlicht und einfach im nächsten offenen und zur Aufnahme bereiten Bewusstsein niederlässt. Bitte schieb den großen Spiegel dort näher.« Galder stand auf und schlurfte zum inzwischen erkalteten Ofen. Der dünne Stab aus Magie zitterte noch immer, gleichzeitig zugegen und doch nicht präsent, wie ein mit blauem Licht gefüllter Riss in der Außenwand eines anderen Universums. Wetterwachs griff danach, nahm einen langen Bogen zur Hand, sprach ein Wort der Macht und beobachtete zufrieden, wie die taumaturgische Kraft nach den Enden des Bogens griff und sich dann zusammenzog, bis das Holz knarrte. Anschließend wählte er einen Pfeil. Unterdessen zog Trimon den schweren und zwei Meter hohen Spiegel in die Mitte der Kammer. »Wenn ich das Oberhaupt des Ordens bin,« dachte er, »latsche ich bestimmt nicht in Bommelpantoffeln durch die Gegend.« Es wurde bereits darauf hingewiesen, dass Trimon felsenfest davon überzeugt war, die jungen Zauberer könnten wahrhaft erstaunliche Leistungen vollbringen, wenn sie nur endlich Gelegenheit bekämen, die Stelle der verkalkten Firlefanzmagier einzunehmen und zu beweisen, dass Alter nicht ein Mehr an Weisheit bedeutete, sondern mentale Verkleisterung. Derzeit aber spürte er zu seiner eigenen Überraschung, wie sich Neugier in ihm regte. Interessiert beobachtete er den Narren namens Wetterwachs und fragte sich, was er plante. Es hätte ihm vermutlich eine gewisse Befriedigung bereitet, zu hören, dass sowohl Galder als auch Skrällt Wechselkorb von völlig irrigen Annahmen ausgingen. Galder trat vor den Spiegel und ruderte einige Sekunden lang mit den Armen, woraufhin sich das Glas erst trübte und dann aus der Vogelperspektive den Wald von Skund zeigte. Wetterwachs behielt die winzigen Bäume im Auge, während sein Pfeil zur Decke zeigte. Trimon hörte, wie der ältere Magier leise vor sich hin brummte und er glaubte, Bemerkungen zu verstehen wie »Berücksichtige eine Windgeschwindigkeit von etwa drei Knoten« und »Auf die Temperaturunterschiede achten«. Mit einer eher enttäuschenden magischen Geste ließ er den Pfeil von der Sehne schnellen. Wenn die Gesetze von Ursache und Wirkung wirklich überall gültig waren, hätte der Schaft nur einige Meter weit fliegen dürfen und dann zu Boden fallen müssen. Aber niemand achtete auf das Gebot. Der Pfeil raste davon und verschwand im Spiegel. Nun, es ist nicht leicht, das dabei ertönende Geräusch zu beschreiben. Der Vollständigkeit halber soll an dieser Stelle Folgendes hinzugefügt werden. Man denke an ein klirrendes Pling und stelle sich außerdem vor, drei Tage lang in einem Radiogeschäft zu arbeiten, in dem alle Apparate, insgesamt genau 58, auf volle Lautstärke gedreht sind. Kalder ließ den Bogen sinken und lächelte. »Natürlich dauert es etwa eine Stunde, bis der Pfeil das Ziel erreicht«, sagte er. »Und dann folgt der Zauberspruch dem ionisierten Weg, der hierher zurückführt. Zu mir.« »Bemerkenswert«, kommentierte Triman. Aber jeder halbwegs begabte Telepath hätte in zehn Meter hohen Blockbuchstaben gelesen, »Warum zu dir und nicht zu mir?« Er blickte auf die Wüste Werkbank herab und entdeckte in dem wirren Gerümpel ein langes und herrlich scharfes Messer, das ihm zuzunicken schien, als er einem ganz bestimmten Gedanken nachhing. Eigentlich war ihm Gewalt zuwider, vor allen Dingen dann, wenn sie ihn selbst betraf. Doch sie schien ein angemessenes Werkzeug zu sein, wenn es darum ging, dem Schicksal ein wenig nachzuhelfen. Das Buch über die Pyramide von Zort ließ keinen Zweifel daran, welche Belohnung denjenigen erwartete, der die acht Zaubersprüche zum richtigen Zeitpunkt vereinte. Und Triman wollte nicht die Früchte jahrelanger harter Arbeit verlieren, nur weil ein alter Narr eine gute Idee hatte. »Möchtest du einen Kakao, während wir warten?«, fragte Galder, Galder tappte durchs Zimmer und griff nach der kleinen Glocke, die dazu diente, Bedienstete herbeizurufen. »Gern«, sagte Triman. Seine Finger schlossen sich um das Messer und nachdenklich wog er es in der Hand. »Ich gratuliere dir, Meister. Du hast mir gerade gezeigt, dass wir alle wesentlich früher aufstehen müssen, wenn wir es mit dir aufnehmen wollen.« Galder lachte. Und das Messer raste mit solcher Geschwindigkeit auf ihn zu, dass es tatsächlich ein wenig kürzer und schwerer wurde. Der Grund dafür ist die natürliche Trägheit des Lichts auf der Scheibenwelt. Nun, um nicht abzuschweifen, die Klinge zielte genau auf den Nacken des alten Zauberers, und es fehlten nur noch wenige Zentimeter, als sie auswich und die Haut nicht einmal ritzte. Sie umkreiste Galder wie ein Mond aus geschliffenem Stahl, so geschwind, dass der alte Mann den Eindruck erweckte, einen metallenen Kragen zu tragen. Wetterwachs drehte sich um, und Triman fand, dass er plötzlich einen halben Meter größer geworden war und wesentlich mächtiger aussah. »Früher aufstehen«, wiederholte Galder fröhlich. »Ach, mein lieber Triman, ihr dürft euch gar nicht erst schlafen legen!« »Noch ein Stück Tisch, gefällig?«, fragte Rincewind. »Nein, danke, ich mag kein Marzipan«, erwiderte Zweiblum. »Übrigens, ich weiß nicht, ob es richtig ist, die Möbel fremder Leute zu essen.« »Sei unbesorgt«, warf Swires ein. »Die alte Hexe ist schon seit Jahren fort. Es heißt, zwei junge Lümmel namens Hänsel und Gretel hätten sie fast um den Verstand gebracht.« »Tja, die Kinder von heute«, brummte Rincewind. »Meiner Ansicht nach sind einzig und allein die Eltern schuld«, meinte Zweiblum, und begann mit einem soziologisch-pädagogischen Vortrag, den er schon nach kurzer Zeit beendete, weil ihm niemand zuhörte. Wenn man sich von üblichen Vorstellungen trennte, war der Aufenthalt im Knusperhäuschen recht angenehm. Ein Rest von Magie bewahrte es, und die wilden Tiere des Waldes, soweit sie nicht an Karies gestorben waren, hielten sich vorsichtigerweise fern, um nicht der Versuchung zu erliegen. Im Lebkuchenkamin brannten dicke Lakritzscheite und veranstalteten dabei einen ziemlichen Lärm. Rincewind hatte versucht, draußen Feuerholz zu sammeln, gab jedoch rasch auf. »Es ist schwer, Holz zu verbrennen, das mit einem sprechen möchte.« Der Zauberer rülpste. »Ich halte das nicht für besonders gesund«, sagte er. »Ich meine, weshalb ausgerechnet Süßigkeiten? Warum kein Knäckebrot und Käse? Oder Salami? Ja, ein leckeres Salamisofa käme mir jetzt sehr gelegen.« »Was weiß ich«, sagte Zweiers, »die alte Oma, ich schere mich nicht standeben auf Süßes. Ihr hättet ihre Baiser sehen sollen.« »Ich hab sie gesehen«, gab Rincewind zurück, als ich einen Blick auf die Matratzen warf. »Pfefferkuchen ist geeigneter«, sagte Zweiblum. »Für Matratzen?« »Natürlich nicht«, entgegnete Zweiblum ernst. »Hast du jemals von Pfefferkuchenmatratzen gehört?« Rincewind ächzte. Er dachte an verschiedene Speisen, genauer gesagt an die Spezialitäten von Ankh-Moorpork. Seltsam, dass ihm die Stadt immer attraktiver erschien, je weiter er sich von ihr entfernte. Er brauchte nur die Augen zu schließen, um sich alle wundervollen Details vorzustellen. Die großen Marktplätze, die vielen hundert Buden und Stände, die besondere Leckerbissen aus allen Regionen der Scheibenwelt anboten. Dort konnte man Schlammgurken und geröstete Morastkartoffeln essen. Oder Haifischflossensuppe, die so frisch war, dass sich kein Schwimmer in ihre Nähe wagte. »Was hältst du davon, wenn ich dieses Haus kaufe?«, fragte Zweiblum. Rincewind zögerte. Er hatte schon mehrfach die Erfahrung gemacht, dass es besser war, gründlich nachzudenken, bevor man die erstaunlichen Fragen des Touristen beantwortete. »Wozu?«, meinte er vorsichtig. »Nun, es hat Atmosphäre.« »Oh!« »Atmosphäre?«, wiederholte Swires verwirrt und schnüffelte argwöhnisch. Sein Gesichtsausdruck verdeutlichte, dass er jede Schuld von sich wies, ganz gleich, worum es sich handelte. »Hat irgendetwas mit einer Kröte zu tun, die den Duft von Sumpfgas genießt?«, sagte Rincewind fest. »Wie dem auch sei, wir können dieses Haus gar nicht kaufen, weil ein Verkäufer fehlt.« »Ich schätze, dieses Problem lässt sich lösen, indem ich den Waldrat einberufe, um die Eigentumsfrage zu klären.«, schlug Swires vor und mied Rincewinds Blick. »Und außerdem kannst du es gar nicht mitnehmen. Ich meine, es ist wohl kaum möglich, das Knusperhäuschen in deinem Koffer unterzubringen, oder?« Der Zauberer deutete auf die Kiste, die vor dem Kamin stand, und es irgendwie fertig brachte, wie ein zufriedener und trotzdem wachsamer Tiger auszusehen. Dann wandte er sich wieder an den Touristen. Als er Zweiblumsmine sah, entstanden Zweifel in ihm. »Etwa doch?«, fragte er unsicher. Es fiel Rincewind außerordentlich schwer, sich daran zu gewöhnen, dass sich das Innere des Koffers völlig von der Außenwelt unterschied. Natürlich war das nur ein Aspekt der allgemeinen Seltsamkeit jener Truhe, doch er reagierte jedes Mal mit Unbehagen, wenn er sah, wie Zweiblum sie mit schmutzigen Hemden und nicht sehr angenehm riechenden Socken füllte, nur um kurz darauf die Klappe zu öffnen und ihm frisch gebügelte, nach Lavendel duftende Wäsche zu zeigen. Darüber hinaus kaufte Zweiblum Dinge, die er »Kuriose Artefakte einheimischer Handwerkskunst« nannte. Rincewind bezeichnete sie schlicht als Krimskrams. Unter seinen Andenken befand sich auch ein Ritualstab, der dazu diente, Zeremonienschweine zu kitzeln, und obgleich der Gegenstand mehr als zwei Meter lang war, ragte er nirgends aus der Kiste. »Ich weiß nicht«, erwiderte der Tourist, »du bist Zauberer und kennst dich mit solchen Dingen besser aus.« »Äh, ja, natürlich«, pflichtete ihm Rincewind bei. »Andererseits, Koffermagie ist sehr kompliziert. Nun, ich bin sicher, die Gnome wären ohnehin nicht bereit, das Haus zu verkaufen. Es ist«, er suchte in dem begrenzten Wortschatz, den er sich von Zweiblumsvokabular angeeignet hatte, »eine Art Touristenattraktion.« »Was soll das heißen?«, fragte Swires misstrauisch und interessiert zugleich. »Es bedeutet, dass viele Leute wie er kommen werden, um es sich anzusehen«, erklärte Rincewind. »Warum?« »Weil«, Rincewind griff in die untersten Schubladen seiner Ausdrucksfähigkeit. »Es ist kurios, eine Sehenswürdigkeit, folkloristisch. Mit anderen Worten, ein einzigartiges Beispiel einer Baukunst, geschaffen in einer Tradition, an die sich heute kaum mehr jemand erinnert.« »Ach, tatsächlich?«, fragte Swires fasziniert und sah sich verwirrt im Zimmer um. »Ja.« »Das Marzipan, der Lebkuchen, die Lakritze und alles andere?« »Du hast es erfasst.« »Ich helfe euch beim Packen.« Und die Nacht wird noch viel finsterer, während sich dunkle Wolken zusammenballen und fast die ganze Scheibenwelt bedecken. Zum Glück. Denn wenn der Wind sie forttreibt und die Astrologen die Sterne beobachten können, geraten sie ganz durcheinander und lassen den Ärger an ihren Lehrlingen aus. In verschiedenen Teilen des Waldes verlieren Zauberer die Orientierung, irren umher und versuchen, sich voreinander zu verbergen. Und sie werden immer zorniger, denn jedes Mal, wenn sie gegen einen Baum stoßen, entschuldigt er sich bei ihnen. Doch nach und nach, wie durch ein Wunder, nähern sie sich dem Knusperhäuschen. Etwa zur gleichen Zeit entwickelte Grauhalt Spolt, ältester Magier der unsichtbaren Universität und entschlossen, diesen Status beizubehalten, hektische Aktivität in seiner Unterkunft. Die Begegnung mit dem Tod hat ihn daran erinnert, dass auch das Leben eines Magiers nicht ewig währt. Und nur zu deutlich entsinnt er sich an den nachdenklichen Blick der dunklen Gestalt. Er hofft inständig, dass der Sensenmann die Party genießt und ihm Zeit genug lässt, gewisse Vorbereitungen zu treffen. Grauhalt Spolt macht sich sofort an die Arbeit. Nun, er mag taub sein, vielleicht auch ein wenig schwer von Begriff. Aber ältere Zauberer zeichnen sich durch einen ausgeprägten Überlebensinstinkt aus. Deshalb wissen sie ganz genau, dass höchste Eile geboten ist, wenn sie eine finstere Gestalt sehen, die ein ganz bestimmtes landwirtschaftliches Werkzeug in der Hand hält und sich ein Gesicht einzuprägen versucht. Spolt handelt. Er dichtet die Türen mit einer Paste ab, die aus zerriebenen Eintagsfliegen besteht, und Schutzoktagramme zieren die Fenster. Er gießt seltene, ziemlich streng riechende Öle auf den Boden und bildet damit Muster, die so kompliziert sind, dass einem bei ihrem Anblick schwindelig wird. Außerdem weisen sie darauf hin, dass derjenige, der sie zeichnete, nicht ganz bei Verstand ist, was in diesem besonderen Fall durchaus zutrifft. In der Mitte des Zimmers befindet sich das achtgefaltete Bann-Oktagramm, umgeben von roten und grünen Kerzen. Und im Zentrum jenes Symbols steht eine Kiste, geschaffen aus dem Holz von Ewigkeitsfichten, die, wie der Name schon sagt, recht alt werden. Rote Seide umhüllt die Truhe und an den Kanten baumeln Amulette zur Abwehr dämonischer Eindringlinge. Kurz gesagt, Grauhalspolt weiß, dass ihm der Tod irgendwann einen unerfreulichen Besuch abstatten wird, und er hat die letzten Jahre damit verbracht, ein absolut sicheres Versteck vorzubereiten. Als er sicher ist, nichts vergessen zu haben, klettert er in die Kiste, sie weist übrigens bemerkenswerte Ähnlichkeit mit einem Sarg auf, betätigt das Uhrwerk des Schlosses und macht es sich in der festen Überzeugung gemütlich, bestens vor dem Gefährlichsten seiner Feinde geschützt zu sein. Erst als er zu keuchen beginnt, merkt er, wie wichtig Luftlöcher bei solchen Unternehmungen sind. Kurze Zeit später erklingt dicht neben ihm eine unheilvoll klingende Stimme. »Verdammt dunkel hier drin, nicht wahr?« Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020